Moin Leute, servus, moin und damit herzlich willkommen hier zum neuen Mario Maker 2 Stram. Servus, moin, moin an schonmal an Gamertode, Ike 2.0, Kan, Bass X2, Galaxy Boy, Mr. Toad, sehe hier schonmal, Galaxy, äh, hab ich gerade gesagt, J.K. Plays Dishan sehe hier, moin, ich trinke jetzt ein bisschen Wasser hier, Katzvolt, guten Lachsen, moin, moin, servus, moin. So Leute, endlich ist es soweit, man kann nur mit Freunden spielen und genau dies werden wir heute tun, hallo Lukas Kühn, J.K. Plays Dishan, moin, ja genau das werden wir heute tun, wir werden heute mit euch spielen, Leute, jetzt ist das nicht toll, ich glaube schon und genau das werden wir heute machen, ist der Sound gut? Ja, ich glaube das passt, doch, doch, das sollte passen, wunderbar, hallo Marco, moin, klar, mit einem Firmennamen, hi, moin, moin, so, ähm, ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt gerade hier, achso, ahja, ich bin gerade hier, okay, ähm, zweiter Account, mein zweiter Account auf der Switch heißt Pius und da ich ja immer zu wenig, äh, Plätze habe auf meiner Freundesliste, könnt ihr mir hier alle eine Anfrage schicken, ich habe hier genug Platz, das ist mein zweiter Account, wir werden heute in dem ganzen Stream, ähm, den Multiplayer spielen und ich werde zwischendurch, ähm, zwischen meinem Hauptaccount und meinem zweiten Account hin und her switchen, damit jeder mal drankommt, also jeder, der mich auf der ersten Freundesliste hat, also jeder, der mich hat, bitte schickt mir jetzt hier keine Anfrage, das ist für Leute, die mich noch nicht haben, die können mir eine Anfrage senden, damit ihr auch mitspielen könnt, und wir switchen ab und zu immer hin und her, zwischen Account 1 und 2, ne, ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid. Hallo Bela und hallo Banana, Boss Lukax, Luxus, äh, Luxus, Lukas Tendo Gamer, hi, cool guys, servus, hupen los durch die Nacht, ups, falscher Stream, ja, das ist ja falsch, hallo Pudding, klar, mit 4 im Namen muss los, ja, ich bin Profi, oh, jetzt kommen mir die Anfragen an, oder, Maxi, servus, ja, alle, die mich noch nicht haben, auf meinem Hauptaccount, edit mich hier, dann können wir heute alle sehr viel Saß und Spaß haben, so, 6 Anfragen schon, und hallo Julia, ui, 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 hier kommen einige rein, wie gesagt, nur die, die mich noch nicht haben, die können mich heute adden, das können wir allgemein so machen, dass wir mal so ein bisschen schnell switchen, auch bei anderen spielen, die wir mal spielen zusammen, dass ich immer mal den einen Account nehme, dann wieder den anderen und so, ihr wisst Bescheid, weil man kann halt nur 200 Freunde, glaube ich, haben und, ja, das ist halt sehr schnell voll und deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen zweiten Account für euch zu öffnen, für alle, die wir noch nicht haben, und ja, und wenn ihr VIP seid, dann kommt ihr auf meinen Hauptaccount, weil den Hauptaccount nutze ich auch, ähm, privat, den jetzt hier eher weniger, ja, so, wir fangen aber erst mal an, ja gut, komm, wir spielen jetzt erst mal auf dem Account, wenn ihr mich gerade schon geändert habt, weil die, die mich gerade adden, sind ja gerade die, die auch auf jeden Fall am Start sind, kann wieder nicht reden, oder, ich sollte mir vielleicht mal einen Bubble-Kurs zulegen, vielleicht läuft es dann besser, so, gut, ein paar haben wir angenommen, schon mal, Zauberhardi, Servus, Moin, hast du auf dem zweiten Account, äh, hast du auf deinem zweiten Account Nintendo Switch Online, ja, ich habe eine Familiengruppe, ja, Hi, I'm from Italia, hello, welcome, so, Moin, Servus, Moin, so, okay, Leute, wir können anfangen, wir spielen mit Freunden, los geht's. Also, einen Kritikpunkt habe ich an diesem Online-Modus schon, und zwar, man muss irgendwie immer drei Stunden warten, bis das Spiel erkennt, oh, es ist ja gar kein Raum offen, willst du vielleicht mal einen erstellen, das ist so nervig, ja, ich will einen Raum erstellen, deswegen müsstest du doch nicht immer so lange warten, bis ich kann, bis das Spiel erkannt hat, da ist gar kein Raum frei, das ist ein bisschen unnötig. Okay, so, vier neue Anfragen, wunderschön, Lukas, I want to play in a room, add me, hast du, ja, habe ich schon ein paar gelesen hier, so, es geht's ab, genau, genau, du hast mich nicht geedit, ja, ich edit jetzt einfach kurz nochmal alle, die jetzt mir eine Anfrage schicken, und dann geht's gleich los, meine lieben Freunde, kann ich mir auch bei dir Freundschaft Anfragen schicken, kann ich mir auch bei dir, ja, hier, ähm, alle, die mich noch nicht auf dem normalen Pios Account haben, schickt mir eine Anfrage, alle anderen müssen das nicht machen, wir switchen hin und her. So, da sind wir nochmal die ID, ID im Bild, aber wir fangen jetzt erstmal an, und, und kriegen erstmal DC, Creator HD, moin, so, jetzt aber, komm, wir fangen, jetzt muss er wieder drei Stunden suchen, Raum wird gesucht, drei Stunden später, wunderbar, so, kommt alle rein, meine Lieben, Raum wird jetzt erstellt, so, das erste Mal bin ich jetzt hier der Raumschiff, so wirklich, ähm, ja, das ist ganz geil eigentlich, das hat Nintendo von mir geklaut, und zwar kann man hier Level aus aller Welt machen, mit den Schwierigkeitsgraden, man kann eigene Level machen, wo ich jetzt natürlich hier keine habe, das ist mein zweiter Account, und da habe ich auch nichts, also, ähm, ich nehme einfach mal normal, und da ist der Raum auch schon voll mit, Dishan TT, Maxi, mit 350 Is, und CanBassX2, Servus, moin, wir machen natürlich gerne, das ist ja ganz klar, Fisch-Industrie-Simulator, auf jeden Fall, hab Legendary Auto in Mario Kart gezogen, läuft bei dir, läuft bei dir auf jeden Fall, es geht los, es geht sooos, genau, 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 hi Pios und Chat, Hallo, hallo Lord Tobi, auch Servus, moin, da kommen die Anfragen rein, wie nichts anders ist, passt der Sound soweit, Leute, jetzt warten wir so ein paar Soundprobleme, im letzten Stream, ich hoffe, das funktioniert heute wieder ein bisschen besser, okay, jetzt, warum, achso, weiß ich den Modus, ob ich das erste Mal oder so spiele, keine Ahnung, oh Gott, das ist natürlich gleich wieder ein ganz geiles Level, ach, scheiße, ein ganz geiles Level, auf jeden Fall am Start direkt hier wieder, ja geil, das ist das perfekte Level für den Gegeneinander Modus, oh ja, heute erweitern wir unser Spielerlebnis, Leute, wir erweitern unser Spielerlebnis, Appius auf seinem ersten Account, ja, ja, moin, war nach oben, oh Gott, okay, wir sind da oben, Leute, sehr schön, ist natürlich gegeneinander, also, wir arbeiten gegen den anderen, hoffentlich triggere ich den Toad, schön, ah ja, das springt da einfach mal zwei Millimeter, sehr schön, das gefällt mir, FA schicken, dann Raum join, genau, ab und zu man hat natürlich einen neuen Raum auf, ist ja ganz klar, mit, ne, wie joint man, äh, ja, auf, mit Freunden spielen halt, ab und zu gibt es einen neuen Raum, und natürlich auch über meinen Hauptaccount, ist ja ganz klar, oh Gott, ja, also, perfektes Level für den Start, okay, beide Wege sind richtig, beide Wege, führe nach oben, hallo Toadette, was geht, wer ist Toadette, scan, okay, oder san, hallo, moin, komm, ich schluss dich mal runter, ich bin Ali, hehehehe, sehr schön, wo muss ich, ey, böser, böser Toad, hehehe, und was ist da jetzt das Problem, und dann, äh, dann auf, ähm, Raum suchen, und dann müsste da mein Raum sein, aber aktuell ist er leider voll, da musst du warten, bis ich einen neuen Raum aufmache, können wir mal am Pil, Alter, was geht, und, was auch ganz geil wäre, wäre natürlich, wenn ihr 1 in 1 Kunden seid, und eine gute Nennverbindung habt, ist ja ganz klar, dann können wir unser Spielerlebnis, besser erweitern, als wenn es so ein bisschen unflüssig läuft, das ist nicht so geil, so, der Maxi hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch, einmal bitte Applaus, hast du gut gemacht, kann ich mitmachen, gleich kannst du es, ich mache demnächst neuen Raum auf, ich würde immer sagen, so, wir machen 3 Runden, in derselben Lobby, und dann, dürfen andere mitspielen, ist ja ganz klar, also bitte, join danach, nicht sofort wieder rein, sondern, lasst den anderen die Chance, auch mitzuspielen, haben ja nämlich heute alle sehr viel Spaß, und dann, ist alles optimal, heute ist ja Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, jeder hat frei gehabt heute, und ich nehme an, morgen habt ihr auch alle frei, zumindest alle, die in der Schule sind, zumindest in Hamburg, ist halt morgen Brückentag, so heißt das halt, wenn dann Tag, wenn Donnerstag Feiertag ist, dann macht man halt Freitag, meistens halt mit frei, weil man in Hamburg, und anderen Bundesländern, ein bisschen Ehre hat, der gute alte Brückentag, und natürlich habe ich Ferien gerade, also, ab nächste Woche, habe ich jetzt zwei Wochen Ferien, da habe ich mehr Zeit, ach Gott, was soll das hier werden, und danach ist, danach ist eh Ende, ne, ja jetzt hier auch, vor einer Verbindung auf jeden Fall auch, ja nach den Fällen ist das mal Ende, da geht mit Klausuren wieder richtig gut los, hallo auch an Julia, moin, ich habe keine Fällen, tja, ja ich habe, ich habe Fällen, ja Mr. Todd, ja bei dir läuft, auf jeden Fall, ich hatte nicht frei, Österreich, ja gut in Österreich nicht, da nicht, hallo Farmwürde, moin, who too can do, ja man sieht's, ach Gott, was ist das hier schon wieder, er wiss, ah ja, bisher ist die Qualität, niedrig, also, bisher ist die Levelauswahl, jetzt nicht so geil, wo kann man dir eine Anfrage schicken, oben rechts, äh, oben links, bei der Switch im Menü, sind da deine Accounts, da kannst du's machen, deine Freundin zufügen, da geht's, so, hallo Luigi, servus, kannst du bitte, oh, ja, wir erweitern auf jeden Fall unser Spielerlebnis, oh, diese Lags, ne, das tut mir echt, in den Augen weh, langsam, wir hatten hier so'n scheiß Internet, könnt ihr euch mal bei 1&1 melden, hallo, Master Davids, 1&1, hallo, Nino Tendo, Nino Tendo, so, hi, ich hab Ferien seit Montag, läuft bei, ja, geil auf jeden Fall, hallo, kauf euch Internet, bei 1&1, kreie Werbung, noch nicht, hier und jetzt, hier und jetzt, hey, das Problem ist, ihr könnt sehen, wo ich bin, das kann ich nicht, ihr habt Vorteile, ihr Cheater, ich hab den Geistesblitz, ich bin ein Genie, kann der bitte zurückkommen, hallo, Taxi, Deutsche Bahn, hallo, hallo, erweitere dein Toaterlebnis, oh ja, hallo, wo ist denn der jetzt, ist der bei Magis, oh, jetzt kommt der nicht zurück, so ne Kacke, warte mal, der muss rot sein, jetzt ist er blau, mach mal blau an hier, du Kacke, jetzt mach mal, mach mal blau an, bist du doof, wer ist das, die, das hat er, das hat er das Tramponi losgelassen, ich könnte schon wieder heulen, kann man bitte jemanden, den Schalter aktivieren, da hinten bitte, einmal den Schalter aktivieren, bitte, dritte Kasse, einmal bitte zur Kasse kommen, und den Schalter aktivieren, dankeschön, kann da bitte mal jemanden, den Schalter aktivieren, oh Leute, oh Leute, wir alle verarschen hier, komm jetzt mal, ich renne da gleich, tot, geht den Schalter aktivieren, Kack, alles muss man hier alleine machen, ja, jetzt wartet er da, ja, du scheiß Kämpfer, Alter, ich reiß dir den Hals ab, soos, dann seid ihr alle, ich war alles alleine, und dann sterbe ich auch noch, ist so zum heulen hier gerade wieder, ich fühle mich hier wie im Online Modus, wie im normalen, ich mache die Drecksarbeit hier, und am Ende, jo Bruder, war schön mit dir, aber ich brauche dich nicht mehr, hat er jetzt, willst du das Trampolin genommen, bitte, Maxi? Absolut ehrenlos. Was ist denn da jetzt los? Ah, Eier. Ich brauche den Steinblock, ne? Ich brauche diesen Scheiß Steinblock. Ich raste aus. Wenn da jetzt jemand den Scheiß aktivert, dann drehe ich aber durch, ne? Wo ist denn jetzt der... Hä? Wo ist denn der Steinblock? Ey, willst du mich? Erweitere dein Spielanlebnis. Nein! Bruder, bist ein netter Toad. Du hast Ehre. Hilf mir hoch. Komm, hilf mir hoch. Du bist so ein ehrenvoller. Du bist so ein ehrenvoller Mensch. Der hört das. Der hört das. Ich rede gleich nicht mehr. Ich mache hier gleich alles not... Der ist ehrenlos. Wer ist das? Du kriegst einen Discord. Wann, ne? Weißt du schon. Ich sag, kommt der Stein nicht. Nee, weißt du was? Das ist hier einfach nur Kacke, ey. Das Lämmel ist Dreck. Gar keinen Bock mehr drauf. So eine Scheiße. Am Montag war bei Aldi Lachs im Angebot. Nur 4 Euro für ein Haustier. Ah ja. Ah, Mario, bitte gib auch auf. Bitte erlös uns. Bitte. Ah ja, jetzt kackt eh die Verbindung ab. Mario, bitte erlös uns einfach, ne? Wer ist das? Maxi, gib dir den Ruck, komm. Das ist kacke, das Level. Das ist Dreck. Gib dir den Ruck und gib auf aufgeben. Mame, neues Ding hier. Ei, 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 ei. Wunderbar. Ich hab grad gesehen, dass du wieder deinen Leafen erweiterst. Ja, auf jeden Fall. So, das war scheiße. Hat mir nicht gefallen. So, wir machen ein anderes Level. Das seh ich so gar nicht ein hier. Das seh ich so gar nicht ein. Vielleicht leckt es nachher bei mir, weil ich bin bei meiner Oma. Der macht bitte vor einen Speedtest. Ich hab keine Lust, auf mit zwei FBs zu spielen. Leute, macht bitte vor einen Speedtest, ob eure Verbindung ausreicht. Dankeschön. Sonst haben wir alle keinen Spaß dabei. Ich will das möglichst flüssig spielen. Nach der Runde mach einen neuen Raum auf Trace. Nach der Runde, Leute, machen wir einen neuen Raum. Und zwar spielen wir dann bei meinem... Ne, machen wir... Okay, machen wir nur einmal bei diesem Account. Dann gehen wir zu meinem Hauptaccount. Oh Gott. Wir hatten hier eigentlich so eine Kack-Verbindung, ey. Sonst kann da wieder nichts werden hier. Bitte macht vor einen Speedtest, ob eure Verbindung ausreicht. Weil, ne, die Runde startet halt nicht mal. Es geht halt nicht mal los. Jesus. Ja, ich fühle mich hier wie im normalen Online-Modus. Und ich dachte, das läuft hier ein bisschen besser mit euch. Anscheinend habt ihr auch alle kein Internet. So, ähm, wenn ich esse jetzt mal ein bisschen Schokolade hier. Lecker, lecker. Oh, San, Dankeschön. Ehre, du warst das. Bitte wechsel zu 1 in 1. Danke dir. Gehen Sie zu 1 in 1. Und kaufen Sie sich ein neues DSL-Modem. Okay. Ein bisschen Lacks haben wir immer noch, aber es ist besser. Es ist besser als eben. Oh, jo. Lange nicht mehr mein Spiele-Erlebnis erweitert. Es wird dringend Zeit. Dringend. Ah! Jetzt hat er mich da hingeschubst. Ich hab 1 in 1. Das ist gut, das ist gut. 1 FPS an Schlüssel. Auf jeden Fall. Hallo Johnny erstmal. Moin. Moin, Servus. Moin, wie geht's? Daumen hoch, Leute. Für meine Leistung bisher. Also. Ich würde jetzt auf jeden Fall trinken. Daumen nach oben. Der springt einfach nicht. Ah ja. Hm. Jo. Junge. Das lagst schon fast öfters als im normalen On-The-Modus. Hilfe. Hilfe. Okay. Das ist halt das schlimmste lag fast. Es ist ab und zu so ein bisschen da. Dann geht's wieder. Das ist ganz komisch. Ganz komisch. Ganz komisch. Pius. Mein DSL-Modem ist immer auf dem besten Stand. Das ist sehr gut. Das ist sehr wichtig. Sein DSL-Modem muss immer optimal sein. Dann nimmst du gleich manchmal nochmal anfragen an. Jo. Mach ich gleich. Checkpoint. Geil. Geiler Scheiß. Ein schöner Checkpoint. Das ist gut. Ähm. Mr. Talk. Du musst das inzwischen nicht mehr posten. Im neuen YouTube-Dashboard sehe ich diese Like-Anzahl. Das ist nicht mehr nötig. Das sehe ich. Zumindest ab und zu. Wenn das mal laden tut. Äh. Oh Gott. Das ist voll. Ja. Da kann man auch kaum ausweichen. Aber okay. Solange wir jetzt vorne sind, ist alles gut. Pius. Mach mal mit anderen Leuten. Machen wir gleich. Nach der Runde schmeiße ich die... Ach jo. Was ist das für ein Cheater? Ja. Oh Gott. Ja. Pfff. Mit drei FPS geht das nicht so gut. Der rennt da hoch wie als... Keine Ahnung. Wenn wir da auf einer Rutschbahn oder so. Auf einer Eisbahn. Der slidet ja mehr als ich mit Schlittschuhen. Ey. Hilfe. Oh Gott. Wie viel sind wir überhaupt noch? Wir sind zu dritt, ne? Ja. Selbst mit drei Leuten leckt es immer noch. Äh. Hilfe. Oh jo. Das Level ist besser. Also man kann auch schon spielen. Das ist natürlich kacke jetzt hier. Ja. Überlebt. Überlebt, Leute. Überlebt. Hat jemand Lidl Pius Internet? Lidl P... Ach. Lidl Plus. Ich hab da Pius gelesen. Lidl Plus Internet? Keine Ahnung. Das gibt's? Das gibt Lidl Plus Internet? Okay. Oh. Ah ja. Ähm. Ich möchte ja gerne... Ja, geil. Dankeschön, Mario. Haben wir. Gut. Wer ist das? Ehrenlos. Wer war das? Maxi? Das merke ich mir. Ja. Das merke ich mir aber. Seit wann ist das ein Kuba? Es gibt auch Aldi Internet. Ah ja. Na also, ich hoffe mal nicht, dass hier irgendeiner mit mobilen Daten spielt, weil... Dann... Rest in Peace. Also, ihr solltet schon zu Hause spielen. Mit eurem DSL-Modem. Von 1&1. Anders sehe ich hier keine Zukunft. Alter, warum rennt der hier immer durch? Das mache ich auch. Das war nix. Da... Da ist... Als ob da ein Schlangenblock ist. Und ich springe... 1&1. Wir weitern unser Spielerlebnis. Ja, geil. Als ob da einfach ein Schlangenblock ist. Schön, dass ihr auch mal erfahren. Ich dachte, ich muss da so hoch. Ja, moin. Jetzt habe ich eben schon gewundert, wo auf einmal dieser Steinblock herkommt. Äh, dieser Steinblock. Der Schlangenblock. Oh, Junge. Aber Leute, bitte ernsthaft. Macht für die nächste Runde einen Speedtest. Nochmal mache ich das hier nicht mit. Weil das ist wieder genauso eine Scheiße wie der normale Online-Modus. Dann kann ich auch gleich mit... Mit Randoms spielen. Wenn das denn so lecken tut, ja die Kacke. Mann. Soweit hat hier nix mit einem Sieg. Wenn die Level blöd sind. Und die Verbindung auch. Auch das Level ist mal wieder nix für Multiplayer. Der Schlangenblock ist einfach nervig. Bitte, Leute. Baut keine Level mit Schlangenblocken. Dankeschön. Oh Gott. Bitte keine Level mit Schlangenblocken. Ich habe gewonnen. Wo? Hier nicht. Glaube ich zumindest. Weil da wäre die Runde schon zu Ende. Hallo Mario. Servus. Hilfe. Oh Junge. Als ich da war... Pfff. Maxi ist auch schon ganz lustig, gell? Ah ja. Ah ja. Gut, du hast uns dann löst. Dank dir. Wer pisste auf seinen Ruder? Ich habe keine Ahnung. So. Hallo. Bin Marce Davies. Leiter von Lachsia Kunstfriedenheit bei 1&1. Hallo Marce Davies. Wie geht's? So. Jetzt machen wir mit jemand anders. Aber erstmal nehmen wir neue An... Ne, nicht hier. Und zwar genau hier. Wir nehmen neue Anfragen an, Leute. Ist ja ganz klar. So. Ja. 7 neue Anfragen. Alle. Alle klar. 7 neue Anfragen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. So. Lukas haben hier neue Anfragen. Neues Glück. Wer will jetzt gleich mitspielen, Leute? Wir machen eine neue Lobby. Und vor. Könnt ihr mich alle adden? DJ auf jeden Fall dafür. Ja. DJ hat uns da löst. Sehr schön. Dilschan hat uns erlöst. Und das finde ich sehr nett von ihm. Die Erlösung kam. So. Weitere Anfragen annehmen. So muss das. Cool. Und wie kann man mitspielen? Sarah, du musst mich adden, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bitte schickt mir nur eine Anfragen, falls ihr auf dem Hardcore noch nicht seid. Ja. Freundescode siehst du gleich. Muss ich da TT im Namen haben? Nö, muss er nicht. Aber jeder, der TT im Namen hat, Leute, ist Ehre. TT steht für Team Toad. Könnt ihr euch gerne im Namen haben. Genauso wie zum Beispiel... Boah. Hier. Dilschan. Ja, TT im Namen. Richtiger Ehrentoad. Oder auch Galaxy. Ehre an dich. TT ist optimal. Aber es sind nicht so viele, aber das müsst ihr ändern. Geht's doch nicht. Geht's doch nicht. So, hier ist mein Freundescode. Gönnt euch. Und wir spielen jetzt erstmal über den Hauptaccount, würde ich sagen. Ja. Schickt mir eure Anfragen. Macht kurz den Screenshot oder so vorm Stream. Über das Handy oder so. Oder am PC auch, ne. Einfach kurz ein Bild machen. Dann könnt ihr den Code in Ruhe eingeben. So. Wir gehen jetzt kurz zum Hauptaccount. Weil dort haben wir ja auch einige geaddet. Und dann können wir auch Dartsdump spielen. Ich switche immer so ein bisschen hin und her. Mal wieder der Hauptaccount. Und dann wieder der normale, der zweite Account, ja. Auf beiden habe ich ja Leute geaddet. Man kann ja nur 200 Leute adden. Niemand, Unge, Fisch. Den Witz verstehe ich nicht. Deswegen musst du den auch nicht 10 mal posten. Ich habe das schon gelesen, aber ich lese auch nicht jede Nachricht vor. Wenn ich nicht verstehe, was du damit unbedingt meinst, musst du es nicht alle 3 Sekunden posten. Du weißt Bescheid. So. Wir gehen in den Online-Modus. Hallo Jason, moin. Let's Storm, hi. Wie lange geht der Stream? Der geht noch einiges. Wir haben ja erst angefangen vor einer halben Stunde ungefähr. So. Mein letztes Spiel mit Freunden spielen. Ah ja. Wir machen einen Einland-Raum auf. Ist ja ganz klar. Lutendo, moin. Okay, so. Komm, wollen wir was machen hier? Ist das Level geeignet? Machen wir ganz kurz überlegen. Doch, doch. Ja. Ne, Lava steigen. Das ist kacke. Das ist kacke. Man könnte es höchstens da machen. Ich will mal ein eigenes Level machen. Ich will mal ein eigenes Level machen. Einmal will ich mein eigenes Level machen. So. Am Start ist hier Alex Sovania, Vuxvu und Lumarco. Moin, Servus, Moin. Wie geht's? Moin, Servus, Moin. Vierter Stunden streamen. Auf jeden Fall. Bios, wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Gut im Dialog. Like. Ich habe jetzt Ferien, Feiertag. Alles optimal soweit. Bin nicht reinkommen. Ja, wir spielen ja noch einige Runden heute. Also kein Problem, Leute. Ich denke, einige von euch werden auf jeden Fall noch drankommen. Wie lange geht das streamen? Das kann ich nicht so einschätzen. Mal gucken, mal gucken. Shelly, TT, Moin. Niemand. Pius, verstehe ich nicht. Ja, kann passieren. Mach mal 30 Tage streamen. Ja, auf jeden Fall, Marc. Gib mir eine Million Euro, oder mach ich das? Da habe ich Zeit dafür. Hallo, Mika oder so. Hi. Rennt doch mal hier an Mario. Vorteil, ich kenne mein eigenes Level. Nachteil. Ihr seht, wo ich bin. Ja, gut. Ihr müsst einfach nur durchrennen. Das ist ein einziger Tipp. Ihr müsst nichts sammeln. Einfach nur durchrennen. Das ist hier alles, was ihr braucht als Tipp. Einfach nur durchrennen. Immer schön nach rechts. Sagt er. Und fällt selber. Kannst du da jetzt mal reingehen? Okay, mach ich. So, ein bisschen aufpassen. Natürlich auch. Sehr gefährlich hier. Skill. Ich will mein eigenes Level gewinnen. Komm. Ich muss das eigene Level gewinnen. Das kann so nicht wahr sein. Nein. Bitter. 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 Mika, hi. Ja, das war es jetzt mal wieder komplett. Ich verliere mein eigenes Level. Sad. Was macht denn Mario eigentlich? Und auch hier leckt es wieder. Jetzt hat der ernsthaft gewonnen. Ich hab mit meinem eigenen Level verloren. Uff. Ja, schon set. Schon belastend. Hallo, Toni. Moin. Hi, hi. Huhuhu. Hi. Wie viele Nullen hat eine Million? 6 Nullen. Bin nicht ganz behindert. So, war schön. Aber zweimal brauchen wir das auch nicht. Jetzt reicht's. Jetzt machen wir... Ich würde immer sagen, so normale Level, oder? Weiß nicht. Was ist der optimale Schwierigkeitsgrad für einigermaßen qualitativ hochwertige Level? Ah, wir können auch mal schwer machen. Komm. Aber sehr schwierig würde ich nicht empfehlen. Was auch noch ganz gut wäre, liebes Nintendo-Team. Dass man vielleicht auch die Kategorie auswählen kann, ne? Nur mal so als Tipp. Oder Kategorien deaktivieren. Das wäre noch besser. Zum Beispiel so Autosquadding, der ganze Scheiß. Oder Rätsel-Level. Oder... Ja, genau sowas halt, ne? Mein liebes Nintendo-Team. Da fehlt noch ein bisschen was. Macht sehr leicht. Nee, ich glaube, das ist auch so eine Scheiße wie... Keine Ahnung, nach 2 Sekunden kommt das Ziel oder sowas. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ein bisschen Herausforderung soll schon sein. Habe es auch schon mal gespielt. Ja, optimal. Optimal. Ah, danke. Wusste ich natürlich. Wollte dich nur testen. Ja, siehste. Das weiß ich. Das weiß ich. Irgendwas weiß ich doch noch. So, Mario World. Oh Gott. Oder zum Beispiel sowas hier. Und zwar, ne? Münzen-Challenge. Genau sowas. Würde ich gerne ausstellen, liebes Nintendo-Team. Aber anscheinend habt ihr in den 3 Monaten soweit doch nicht denken können. Schade. Da haben wir die 3 Monate Arbeitszeit noch nicht gereicht für den Modus. Anscheinend brauchen die dann ja für, um halt alles perfekt zu machen. Oh Gott. Ja, ich fahr da mal lang, ne? Ich nehm meinen Nagel-9-Baba-Wagen. Mir geht's gut, weil Ferien. Genau. Oh Gott. Guckst du einmal in Chat? Soll ich da reingehen? Ich trau mich mal. Todestür? Hä? Das ist ne Rucksatt-Tür. Ah ja. Ja, das ist ich auch so gerne mal traut. Ah ja. Uff. Ob der das Geld hat. Okay, jetzt muss ich ganz schnell nach vorne. Mit den 3 FPS, die wir mal wieder haben. Ganz schnell nach vorn. Jetzt haben die alle da. Aber nee. Was ist denn da los? Ja. Pfff. Todestür bewegt sich wie so ein Schwamm. Wo ist denn das Kaxil? Ehre? Nein! Ja, als ob der... Der war gar nicht auf meinem Kopf, aber okay. Als ob. Als ob da das Ziel ist. Juhu! Update von Marmereke 2. Genau, Tony. Endlich ist es draußen. Aber perfekt ist auch der Modus hier. Immer noch nicht. Weil München-Challenge ist scheiße. Und Autoscoern bisher auch. Also bisher war kein Level so wirklich gut. Hm. Was wir auch machen könnten. Ich könnte ja nach Leveln suchen. Und die runterladen. Und dann spielen wir die. Das wäre eine gute Idee. Das mache ich für den nächsten Raum. Für den nächsten Raum Gehe ich vor In den Online-Modus Und Nein, ich habe ja hier ein Level. Stimmt. Ich habe ja hier ein Level. Komm, machen wir das mal. Ich habe das mal runtergeladen. Gehabt. Bis ich dann festgestellt habe, Man kann ja Im Offline-Modus Auf einer Konsole Ja gar nicht Geneinander spielen. Habe ich dann irgendwann gemerkt. Und dann hat das Level noch. Ja, machen wir das mal, ne? Das ist wesentlich tauglich, ja? Volles Code kann ich dir gleich zeigen, Man-Maker. Kann ich dir gleich geben. Auf meinem zweiten Account Könnt ihr mich adden. Auf meinem Hauptaccount Ist leider meine Liste voll. Hallo Agent Schnitzel Jonas. Moin. So. Jetzt will ich auch mal gewinnen. Wir brauchen mal einen Sieg. Wir brauchen mal einen Sieg. Doch es geht so nicht weiter. Das ist Okay, so. Für eine Tür müssen wir uns entscheiden. Was schon wieder sehr kacke ist, Dass es keinen Counter gibt Und einfach wieder beginnt. Das ist schon mal nicht so geil. Aber okay. So. Hier müssen wir viel mit dem Hammer arbeiten. Dürfen natürlich nicht verlieren. Zumindest sollten wir es nicht. Und dann mal gucken, Wie es läuft. Natürlich möglichst ohne Legs. Oh, du Keck. Das Laufband ist natürlich extra so gemacht, Damit es einen behindern soll. Das weiß ich. Oh, Junge. Das ist extra zum Triggern. Ich weiß das schon. Ja, ja. Ehre. Ihr helft mir alle sehr gut. Guck mal, jetzt deaktiviere ich das noch. Viel Spaß. Als ob der Mario unten schon weiter ist. Ne, wir sind gleich auf ungefähr. Auch das hier spielt es natürlich wieder nicht lagfrei, leider. Ihr seid wohl keine 1-in-1-Kunden. Oh, Junge. Ey, der hat mich niemals berührt, aber okay. Muss ich da durch? Muss ich den killen? Was muss ich denn? Oh, was? Wie dumm ist das gemacht? Was ist das für eine Kacke? Oh, mit 3 FPS. Oh, Jesus. Ja, das ist ja ganz geil hier. Der hat den Key schon. Passt aus. Oh, also. Da lade ich schon Level runter. Und trotzdem sind sie einfach scheiße. Mach halt noch weniger Platz. Ist okay. Dass man da gar nicht drauf... Selbst runtergeladen Level sind einfach scheiße. Der Bosskampf ist doch mal sowas von Käse. Du kommst da kaum überhaupt hoch. Du kannst ihn kaum treffen. Gut, mit dem Hammer kannst du ihn treffen, aber... Ja, mach das mal. Ja. Auch das Level war jetzt eher nicht so. Vielleicht das ja hier. Mal gucken. Spielen wir das hier. Moin, Servus, Moin. Boa, Sendo, Moin. Eine sehr schöne Schreibweise von Servus auf jeden Fall am Start hier. Genau. Rolls Code ist im Shared. Hat GamerTode reingepostet. Da müsst ihr mich adden, Leute. Dann könnt ihr mitspielen. Ich konnte mir ja nicht Mario Kartour auf meinem Handy herunterladen. Deshalb habe ich mir Mario Kartour auf meinen Teppel heruntergeladen. Ja, ist eine gute Sache auf jeden Fall. Hallo, Marc. Bestes Multiplayer. Ja, irgendwie war das Kacke, ne? Also mir hat es nicht gefallen. Wer ist dieser Mario, ey? Wer ist so ein netter Mensch? Okay. Ha, Karma kommt sofort. Auch bei mir kommt Karma sofort, weil ich gerade gelacht habe. Scheiß Gumba. So. Mal gucken, ob ihr jetzt 1 in 1 Kunden seid. Der Typ ist auf jeden Fall ein netter Mensch. Taudi, ich liebe dich. Mit deinem Kind von dich. Oh Gott, die Pflanze. Ja, gut, Triss. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe das Level selber nicht gespielt. Ich habe das nur runtergeladen. Aber gespielt habe ich selber noch nicht. Deswegen. Joa. Joa. Es sah halt ganz gut aus. Das waren alles Level, die viele Sterne hatten, ne? Nur so zur Info. Oh, wirkt das hier schon wieder auf. Okay, wir sind jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wer ist hier schon ein... Ah, Schöpfen. Luigi ist schon weiter. Der Trace. Äh, nee. Toad ist weiter. Ich bin Luigi. Oh Gott, was ist jetzt schon wieder los? Hallo. Leute, wie gesagt, ne? Bitte macht einen Speedtest. Ob euer Internet ausreicht, weil, ne? Okay. Tschüss. War schön mit dir. Was ist das denn hier? Ja. Boah, halt kein Wandsprung. Ist okay. Du musst auch nicht... Ike 2.0. Du musst nicht alles 5er schreiben. Hab das doch vorhin sogar vorgelesen. Alter. Ich hab mein Internet von meinem Internetanbieter. Ja, ich merk das. So, wie viel sind wir jetzt hier? Okay, einer ist raus. Okay. Ich dachte, zwei sind weg. Oh, Junge. Bitte habt doch mal alle vernünftiges Internet. Dankeschön. Ja. Er geht da hoch und fällt zuvor wieder runter. Ehre, Luigi. Machst du gut? Der macht einen guten Job, der Typ. Ah, ja. Der macht halt einfach nicht das, was er soll, ne? Kann ja auch nichts ändern. Wenn der wieder die Inputs nicht zählen lässt. Geh doch mal rein. Gott. Der Online-Modus macht einen genauso fällig wie im Original. Weil es einfach wie die letzte Scheiße läuft. Dein Lieblingsspiel, das hier auf jeden Fall nicht. Ich mag 3D World ganz gerne. Ich mag 3D World ganz gerne. Fappen wir mit euch spielen Titel gegen euch? Ja, mit euch spielen gegen euch ist ja weiß dasselbe. So, einer kann noch reinkommen, Leute. Und, ne, wir spielen mal lieber zu dritt. Ja. Wir haben schon drei Runden gespielt. Leute, war schön mit euch. Tschüss. Jetzt sind die nächsten Kandidaten dran. Und vorgehen wir mal auf Level-Suche. Okay. Und suchen wir uns erstmal mal gute Level aus. Detailsuche. FA, ne, machen wir noch. Machen wir noch. Machen wir noch. Alles zu deiner Zeit. So. Ähm. Ja. Aus, 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 aus. Tschüss. Was ist das eigentlich? Was soll das werden? Geh na na na. Jo. Beliebtheit. So, jetzt gucken wir mal, was es hier so schönes gibt. Das sieht, das sieht nicht so geil aus mit On-Off-Blocken, On-Off-Blöcken. Dessert, ja, so ein, so ein, mit Sequels, Multi, ja. Joa. Joa. Kann man mal machen. Max, Pilze. Die Toads, ja. Aber zum Essen mag ich keine Pilze. Nein. Ich kenne gute Level. Ja, ich gucke einfach kurz hier und dann gucken wir mal weiter. Halt mal, Kasse, let's play Markus. Das sieht aus, ob man da so ein Panzer kriegt. Aber, wenn du da ein Panzer hast im Item-Block, dann ist das auch kein Multiplayer-Level. Lieber Markus. Ja, kann ich schlecht einschätzen. Gibt es denn hier keine Multiplayer-Level? Also, ich habe hundertmal so Multiplayer-Level gesehen, ne. So, das stand sogar am Titel und hier irgendwie. Was ist denn das hier, ey? Ja, sowas hier suche ich. Genau. Sowas suche ich. Genau sowas. Multiplayer-Level, genau. Solltest du Level brauchen, frag mich. Ja, ich gebe jetzt keine IDs ein. Ich gehe einfach kurz hier so ein bisschen durch. Und gucke mal so ein bisschen. Das kann auch ganz nett sein. Machen wir das auch mal. So, ich lad mal so drei Level runter und dann passt das erstmal. Drei Level laden wir mal runter. So. Und gleich wechseln wir meinen Account. Und dann können alle mitspielen, die mir gerade eine Anfrage gesendet haben. Weil jetzt bin ich gerade auf meinem Hauptaccount. Und gleich gehe ich auf meinem Zeitaccount. Und dann könnt ihr mitspielen, die gerade eine Anfrage gesendet haben. Jetzt spielen wir erstmal mit denen, die schon drauf sind. So. Raum aufstellen. Und ja, neue, zum Beispiel Gamertode oder so. Der hat mich ja auf der Liste hier. Also, so welche Leute können gerade reinkommen. Die schauen. Nee, die schon war, glaube ich schon. Keine Ahnung. So. Raum ist offen. Und dann gucken wir mal weiter, Leute. Her, runtergeladen Level. Wir machen mal. Fangen wir mal mit dem hier an. Genau. Machen wir mal das hier. Nimm die Level vom Coin Master. Ah ja. So, da haben wir auch schon drei. Galaxy TT, Trace, du warst eigentlich schon, aber wie viel Runde hast du gespielt? N-D-Ur-Nur, hallo. Mach mal bei Suchen dieses Minus an. Was soll ich anmachen? Was für Minus? Achmed TR 38, moin, hallo auch Unor. Bist im Game früher da als im Chat. Ah ja. So, ja, ich würde sagen, starten wir mal, ne? Ich hoffe mal, bist du nicht der, der gerade rausgeflogen ist? Ich hoffe mal, du hast es besser als Internetsebene. Ich hoffe es zu nicht. Weil, das eben war ja wieder auf. Das war ja wieder auf. Hab heute bei Mario Kart Metal Mario und Musiker Mario bekommen. Ja, geil. Hätte ich auch gerne. Hallo, Achmed. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Okay, Verbindung ist erstmal ganz gut. Und, da sag ich erstmal, schön, good job. Trotzdem stirbt Mario, weil er sich denkt, nee, Mann, das kann ich so nicht spielen. Das ist halt unspielbar ohne Legs. Das geht so nicht. Geht, geht. Ah, ah, da geht schon los, da geht schon los. Ich spüre es schon. Geht schon los hier. Okay, wir rennen einfach mal durch. On-off-Block. Äh, ja, on-off-Block. Oh, ja, geil. Kann dir mal bitte jemand aktivieren? Komm, wer hat Ehre? Wer hat Ehre? Toilette aus Ehre. Ehre? Ich renne erstmal in den Stachel rein, weil der Toe da wieder nicht rein will. Hallo, Kilian. Wie geht's? Da will sie mir gleich eine reindrücken, ne? Toe-dead. Toe-dead. Wenn du Stress suchst, ich rufe Polizei Hamburg. Du weißt bestimmt nicht. Dann sehen wir mal, wer hier am längeren Hebel ist. Und zwar ich. Okay, schneller rein. Kack auf, die alle da. Mir alles egal. Ich gehe weiter. Tschüss. Macht's schön mit euch. Oder auch nicht. Äh. Das Eis. Das Eis. Ja, natürlich. Auf einmal hört der scheiß Sturm auf. Als ob Luigi da schon ist. Was will der Typ von mir? Geht's da nicht weiter oder was? Äh? Äh? Ja, moin. Oh, der Goomba. Oh, der Goomba. Wo muss ich denn jetzt weiter? Das ist voll Multiplayer-Level. Ich sehe schon. Multiplayer-Level 100% Qualität. Das verarschen lassen kann ich mir auch alleine. Wo muss ich denn jetzt hin? Dann gehe ich schon auf Multiplayer-Level suchen. Dann kommt sie trotzdem so eine Kacke. Hä? Ah ja. Ah ja. Keine Ahnung, wo der jetzt langgegangen ist. Aber er hat's geschafft. Ah ja. Oh Gott. Mir geht es super. Und dir by the way? Ja, ich erweitere gerade mein Spielerlebnis. Wie man sieht. Ah, Multiplayer. Kann ja nur besser werden. Dir ist keiner besser geworden. Na, Pius, bist du bereit von mir besiegt zu werden? Ich werde dich zerstören, Kilian. Ich werde dich zerstören. Und zwar dreifach. Das habe ich übrigens keinen einzigen Sieg, Leute. Also, ja. Bei mir läuft es auf jeden Fall. Prost erstmal. Prost und Daumen hoch für meine Leistung. So. Neue Runde. Neues Glück. Das erste hoffentlich gute Multiplayer-Level für heute. Ich gehe mal nach da oben. So, und das ist auch mit... Ja, dann bin ich halt hier. Ist okay. So, das ist mit Counter. Ihr müsst alle stehen bleiben. Dann aktiviert sich der P-Switch nicht nochmal. Na, gleich geht's los. Ich bin übrigens Toad, Leute. Nur zur... Verdeutlichung. Ich hoffe, die Verbindung ist gut. Ach, scheiß Noten. Oh mein Gott. Das erinnert mich an so Kilians Level. Ey, Hilfe. So ein richtiges Kilian-Level könnte das sein. Okay. Toadette kackt richtig ab. Gefällt mir. Kann gar nichts. Ah, ja. Mhm. Luigi ist auch hinten. Nur noch Mario, der Affe, ist vorne. Sehr schön. Aber was heißt sehr schön? Nicht so gut. Ah. Ah. Okay, okay. Alles wird nicht gut. Oh Gott. Der ist schon da oben, der Typ. Junge, wie soll der jetzt hochkommen? Okay. Oh Gott. Jetzt geht er hoch. Mano. Ich fühle mich gemobbt. Ich verliere ihn nur, ey. Trace, was ist los mit dir? Ich glaube, heute Geburtstag. Dann wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Wie alt bist du denn geworden, Pizze, Luigi, man? Lass mal moin an dich. Moin, Servus, moin. Wie alt bist du geworden? So, machen wir da das hier. Das letzte, was ich runtergeladen habe. Und dann geht's zum anderen Account. Dann nehme ich Anfragen an, Leute. Und dann geht's wieder, saß ich weiter hier. 13. Oh ja, alles Gute. 13 erst. Da war man noch jung. Bin ja einfach mal sieben, fünf Jahre älter. Kurz vor der Rente. Weiß Bescheid. So, vielleicht wird's ja jetzt hier in der Wüste ein bisschen besser. Mal gucken. Ich würd's mir zumindest sehr wünschen. So. Und ich bin immer Mario. Ich würde gerne Toad spielen. So, ich kacke auf den Pilz. Wollte ich eigentlich. Und trotzdem kommt der nicht in die Röhre, ey. Danke für nichts. Oh, Toad, du bist Ehre. Killt für mich alle Gegner. Sehr nett von dir. Ich hab mein Spielerlebnis heute definitiv erweitert. Bruder. Bruder. Nein. Achso, ich komm da ja so hoch. Oh, ich dachte grad, da ist der Weg. Ich dachte grad, da geht's weiter. Das wär ja so episch gewesen. Oh, schade. Ich dachte grad, original, da geht's einfach weiter, ne? Oh, was ist da? Was ist hier eigentlich los? Warum gehen die jetzt alle nach hinten? Das ist ein Pfeil. Oh. Oh. Ich aktivier den nicht. Nö, nö. Tschüss. Mach bestimmt nicht die Drecksarbeit für die. Oh, heute mal bitte ein Krankenwagen, dankeschön. Ach, die Scheiße. Ja. Das lief ja wieder ganz gut. Boah, Pius, bist du ein, ja. Bald ist die Rente da. Uff, ja. Oh. Bingo. Ehre. Na, ey. Was ein Typ. Ich zeige dich an bei der Polizei. Erstmal den Trice aktivieren. Ganz wichtig für Betrug. Ja, zum Beispiel wie sowas hier. Es kann ganz schön... Oh, ich hab das Trampolin. Ihr könnt mir gar nix. Oh, komm. Wir sind erstmal ganz fies. Warte mal. Haha. Trotzdem hat es mir nichts gebracht, ey. Wer war das? Wer stand da gerade noch unten? Wunderbar war das. Haha. Krankenwagen Hamburg, ja. So, war auch sehr schön mit euch. Ihr hattet besser das Internet, Leute. Da muss man mal kurz Applaus geben. Die Verbindung war besser, ja. Daumen hoch an euch. Wir wechseln jetzt den Account. und nehmen neue Anfragen an, ist ja ganz klar. Und zwar acht. Ah, ja. Oh Gott. Acht neue Anfragen. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Trace mal wieder. Ja, der Typ, ey. Der gewinnt einfach jede Runde. Der gewinnt einfach jede Runde. Was ist los bei dem? Das ist mir ein Rätsel. Boah, Pew. Pew, es hat bald endlich den S-Rang erreicht. Ja, den habe ich schon lange. Den habe ich schon lange. Ich habe eine Vitrine bekommen und kann dir später auf Discord ein Bildschirm, äh, ein Foto schicken. Ja, mach das. Mach das. So, Sarah, moin. Servus, moin. Jo, Anfragen an, nehmt Spaß. Ich habe ihnen den Sieg gegeben. Ach du? Okay. So, ähm, ja. Hier ist der Code, Leute. Schickt meine Anfrage, macht einen Screenshot und dann wisst ihr Bescheid. Da ist er. Das will ich sehen. Hab man da eben gesehen. Ich habe den S-Rang. Nee. Nee. Stimmt, ich habe den gar nicht. Bin A. Ich dachte gerade, ich habe S. Den erhebe ich ja gar nicht. Ich habe A. Ja, moin. So, jetzt geht es zum Account 2. Ach so, gar nicht. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich bin A. Ich bin gar nicht S. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, ich bin besser. Mano. Ich dachte, ich bin voll skillig und so. Aber anscheinend nicht. Anscheinend bin ich voll kacke. Schade. Ich dachte, ich bin voll gut. Mano. So. Macht euch bereit. Wir machen jetzt eine neue Lobby, Leute. Im vernetzten Spielen. Neue Lobby. Neues Glück für euch. So. Peter, 3.312 Punkte in Wurz. Ja. Ja. Muss gleich ins Bett. Will mit dir aber noch spielen. Du musst gleich ins Bett. Wo geht es denn für dich hin, Matze? Dass du jetzt gleich ins Bett musst. So. Dabei sind. Basco. Dilschan. Und Matthias X. Hallo Matthias. Wie geht es? Wie steht es? Uff. Ja. Aber Matze, warum gleich ins Bett? Ich will auch mal spielen. Jo. Wir machen heute noch einige Runden. Ich denke, da kommen noch einige heute dran. Und alle, die noch schon da dran waren, sind normal, John. Also Dilschan an dich jetzt hier. Nochmal. Joins zuerst mal nicht. Und lass den anderen Toads auch mal ihr Glück, hier reinzukommen. Dilschan weiß Bescheid. Okay. Jetzt geht es in die Wüste hier. Äh. Nicht in die Wüste. In den Dschungel. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Wechselst du mal deinen Accounts? Ja. Weil mein Hauptaccount, da habe ich keinen Platz mehr, Kilian. Ach. Schon wieder eine Schlüsseltür, ne? Was ist das schon wieder? Man kann hier auch kein Level drankommen, was einigermaßen geeignet ist. Geht das nicht? Man muss da rein. Ah ja. Moin. Hallo, hallo, Baustendo. Habe ich ja dich schon gegrüßt, glaube ich, vorhin. Hi. Ich gehe da mal rein. Mal gucken. Wo muss man hin? Aber auch das ist wieder kein Level, was man eigentlich im Multiplayer spielen sollte, liebes Nintendo-Team. Was ist das? Fehlt eigentlich nur noch ein Level von Kilian. Da hätten wir heute alles wieder. Tolle Geräusche. Ah, der Toad. Der ist schneller als ich. Leckt auch wieder. Hä? Beschiss des Jahrhunderts. Aber okay. Ah ja. Läuft schon wieder super gut. Hallo, TimX2. Schönen Abend euch. Moin. Wie geht's? Diese Geräusche, ne? Tolles Geräusch auf jeden Fall. So. Wunderbar. Und. Optimal. Optimal. Hä? Hä? Ist das ein anderer Raum, oder? Hä? Ich blieke gerade gar nichts mehr. Hä? Oh Gott. Ja, danke für nichts. Hä? Was ist das für ein Level? Hä? 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 Ich werde mir in der Zeit jetzt endlich den S reinholen. Ja, gönn dir. Achso, da kommt ein Panzer. Ah ja. Kommt der jetzt auch mal? Wir müssen ja so machen. Ah, ich weiß wo. Ah ja. Okay. Verstehe. So schnell. Pfff. So schnell kannst du gar nicht drücken. Komm mal raus jetzt. So. Ich hab das sofort wieder. Kann nicht wahr sein. Geht. Doch. Als ob. Mami. Ich will nicht mehr. So eine Kacke hier schon wieder. Hör auf. Hallo, Julia. Bin weit. Hä? Das bringt ja alles. Was ist das für wieder? Hä? Was ist denn das für ein Level? Da bist du hier stehen, ey. Ich geb mir so viel Mühe und es bringt einfach alles gar nichts. Wann ist das? Das macht gar keinen Sinn, das ganze Level. Ich geh überall hin und nirgendwo ist ne Redcoin. Verarschen lassen kann ich mich auch alleine. alles betrug. Ah, ich verstehe. Alles beschiss. Irgendwas funktioniert in dem Level nicht so richtig. Ich weiß auch nicht warum. Alles Neuland für mich, Leute. Als ob der erste Ich will erst Plus haben. Ja, da hast du aber einige Ziele, ey. Oh. Als ob. Wir erweitern unser Spielerlebnis. Du, 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 du. Ja, nett. Ah, ja. Ach, der Typ ist da oben. Hallo, Luigi. Servus. Warte, was? Boah, hatten die auf einmal alle... Wo muss ich jetzt hin? Ich bin hier gerade so ein bisschen überfragt. Nein, ich bin ein Ziel. Ich hab so viel Mühe mir gegeben. Aber, Leute, ich bin immerhin im Ziel. Immerhin im Ziel. Ist das schon mal was, oder? Oh, Mann. Ach, das Level war schon wieder ganz komisch, irgendwie. Ich hab irgendwie gar keine einzige Redcoin gefunden. Waren die alle schon eingesammelt, oder was? Hm. Hm. Versteh ich es nicht so wirklich. Ganz komisch. Okay. Gut, ein Level machen wir noch zusammen, würde ich sagen. Ja, eins auf jeden Fall. Keine Ahnung, da glaube ich drei oder so. Machen wir mal ein leichtes Level. Machen wir mal ein leichtes Level. Komm. Machen wir... Dit mal. Und dann sehen wir weiter. Und dann wird alles optimal. Und zwischendurch nehmen wir natürlich auch noch Anfragen an. Ist ja ganz klar. Geil. Liegt mir Migräne im Bett und Pio streamt. Ja, dann wünsche ich dir nochmal eine gute Besserung, ne? Weißt du, Bescheid? Migräne ist immer richtig kacke. Ui. Drei Pilze brauchen natürlich einen. Und bekommen wir natürlich keinen. Geil. Aber immerhin jetzt. Jetzt haben wir sehr viel Spaß. Okay, welche unnötigen Effekte? Hä? Und genau deswegen spiele ich keinen leichten Level, weil irgendwie... Was war das denn für ein Käse? Ja. Also die Levelqualität ist bisher sehr gering. Das letzte Level war gut. Ja, dort ist es. Das war eigentlich sogar ganz geil. Aber halt nicht für diesen Modus. Und das Level war wieder Müll. Das war ja wieder gar nichts. Das war ja wieder gar nichts hier. Gut. Und lieber Dishan, du hast erstmal genug gespielt heute. Weißt Bescheid. Lass den anderen Towns auch noch ihr Glück mal ihre... reinzukommen in diese Lobby hier. Und wir adden erstmal die nächsten drei Leute. Und zwar... Trace. Die hab ich doch schon... Du bist doch stocken an der Liste. Und auch Kian. Dich hab ich doch auch schon, oder nicht? Wie gesagt, Leute. Falls ihr mich auf meinem anderen Account habt, dann bitte nicht adden. Weil es geht ja darum, dass ich möglichst viele annehmen kann. Und nicht darum, dass ich alle doppelt annehme. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern darum, dass ich halt statt 200 Leute, 400 Leute annehmen kann in dem Sinne. Und ich wechsle auch immer hin und her. Gleich geht's wieder zum Hauptaccount. Aber ein Lobby nochmal im Zweck-Account. So. Neu Lobby. Neu Glück. Und jetzt war bitte keiner reinkommen, der schon war, sondern Leute, die noch nicht waren. Leute, die noch nicht waren, können wir mal reinkommen. Basco, du bist, glaube ich, neu. Dich hab ich auf jeden Fall... Oder auch nicht. Hi. Oder auch Tschüss. Quälter ist auf jeden Fall neu. Den hab ich heute noch nicht gesehen. Servus, Moin. Wie, du hast es nicht geschafft. Die Lobby ist noch offen. Wir sind erst zu zweit. Dishan, du warst doch schon. Was verstehst du daran nicht? Gut. Galaxy, Moin. Du warst heute noch nicht, ne? Ich glaub nicht. Ich glaub, du warst heute noch nicht. Und Basco ist wieder da. Glaub ich mal. So, hab ich jetzt hier irgendwelche Level? Ne, ne? Okay. Machen wir mal. Normal. Das passt. Das passt. Hab nichts geschafft. Belastend. Belastend. Ja, gleich geht's auch zum Hauptaccount. Dann können Leute wie Kilian mitspielen. Ist ja ganz klar. Dann hat der Kilian vielleicht Glück. Besiege alle Pompons zweimal. Erreiche das Ziel. Ja, geil. Ja, geil. Von mir stand die ganze Zeit 4 von 4. Geht anscheinend sehr schnell. Kann ich auch gleich mitspielen? Jo. Wir spielen auf jeden Fall noch ein bisschen heute. Ist ja ganz klar. So, zweimal Pompon müssen wir jetzt besiegen. Oder auch ein Bum-Bum. Ich bin tot. Ich bin tot, Leute. Oh Gott. Luigi hat eine Katze. Hätte ich auch ganz gerne. Luigi. Ehrenloser Hund. Und trotzdem sterbe ich natürlich. Geil. Super. Assevi geht eh noch 3 Stunden. Also kein Problem. Wir holen uns erstmal eine Katze. Und dann wird das schon. Dann wird das alles optimal. Hoffentlich. Oh Gott. Was gehen hier ab? Ja, Moin. Oh Gott. Einer fehlt noch, ne? Oh, skillig gemacht. Oh, hör auf. Ich bleib erst da oben. Ich lage schön. Jetzt noch Toadette killen. Dann wäre alles ganz geil. Du klaust mit den Key. Geh weg. Ehre. Ah, da kommt noch einer. Obwohl. Ja, Moin. Oh, warte mal. Ich nehm den mal mit. Ah, ja. Ich will, ich will haben. Wir müssen beide besiegen, ihr Keks. Und dann, wir sterben jetzt. Ich hab den Key. Jetzt gehöre ich mir noch die Ziel... Nein! Natürlich... Alle sind durch die Tür. Nur ich mich. Ja, geil. Ja, geil. Sehr geil auf jeden Fall. Wir haben unser Spielerlebnis definitiv erweitert, Leute. Ist ja ganz klar. Das Spielerlebnis wurde erweitert. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hi, kann ich mitspielen? Jui, hi. Moin. Ja, kannst du gleich machen. So. Zweite Runde. Und dann geht's zum Hauptaccount. Vielleicht bekommen wir jetzt ein gutes Level. Mal gucken. Okay, wir sind zu dritt. Ah ja. Ja, ist auch besser so. Dann haben wir vielleicht eine bessere Verbindung. Ja, ist ganz klar. I can fly. Ah ja. Ah ja. Was wird das? Ich denke mal, wir bekommen irgendwo eine Feder. Mario denkt da am Anfang, aber... Keine Ahnung. Was ist das denn schon wieder hier? Da ist eine Feder. Da ist eine Feder. Da ist eine Feder. Warum macht man die in so ein Ding rein? Ich verstehe das nicht. Warum macht man sowas? Und was ist das schon wieder für ein Multiplayer-Level? Der ist gestorben. Eier. Wie benutzt man da diese Feder? Muss ich da Y drücken? Ja, super. Irgendein Flieg-Level? Ich hab keine Ahnung von der Feder. Hab die auch noch nie benutzt. Nur in welchen Leveln. So wirklich. Ja, geil. Weil ich es einfach lame finde, einfach nur zu überfliegen alles. Das ist... Komm, wir machen so ein paar Trockenübungen. Machen ein paar Trockenübungen, Leute. Auf sicherem Boden. Ah, nach oben drücken. Stimmt's? Die können's... Ich glaube, ich verrate das am besten nicht. Ja, wie so. Probieren wir's mal. Wenn's der mal funktioniert. Nicht spinnen, du Kek. Was ist das schon wieder für ein Level, ey? Tanuki ist besser. Ja, find ich auch. Wie groß ist dein Erweiterungslevel von 1 bis 10? Bei 11. Bei 11. Ich jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Ich hab Mario World nie wirklich durchgespielt. Oh, die anscheinend auch nicht. Die anscheinend auch nicht. So... Nicht spinnen! Warum spinnt der immer? Soll ich nicht spinnen, du Kek. Wie macht man denn das? Kann das mal jemand schreiben? Wie kann ich in der Luft noch was rausholen? Ja, ab und zu geht's. Da wieder nicht. Ab und zu geht's. Da wieder nicht. Nach vorne und hinten drücken. Nach vorne und hinten drücken? Nicht. Hä? Gegengelenken. Ah, ja. Ich hab da unten gedrückt. Gegengelenken. Hey! Oh, das ist auch schon wieder so eine Kacke. Das ist auch kein Multiplayer-Level. Ich will nicht fliegen. Ich will ein Got One-Level spielen. Das ist, glaube ich, eh die letzte Runde. Also, ich geh jetzt hier erstmal raus. Das reicht mir hier im Saftladen. Das ist doch schon wieder für ein Level, ey. So. Wir switchen zum anderen Account, Leute. Dann können da wieder welche mitspielen. Zum Beispiel Killian oder, 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 ja. Julian. So. Okay, kannst joinen. Dishan, du warst doch schon 100 Mal, oder nicht? Ja, er war doch schon 100 Mal. Ich bin 335 Mal. Wipp. Ich hatte die ganze Zeit mobile Daten an. Als ob. Jetzt beim Spielen oder jetzt im Stream? So, ab zum Haupt-Account. Ein bisschen spielen. Ja, in der anderen Flitze auch einiges. Deshalb braucht es halt nie, ne? So, mit Freunden spielen. Ja, mal stellen. Hab Julian gehört aber keinen Rest. Lull. So, Raum ist offen. Kommt rein, Leute. Wow, einfach abgebrochen. Ehrlust durfte nicht mal meinen Versuch, ey, Ben. Achso. Achso, wenn ich rausgehe, dann ist die Lobby tot, oder was? Ich dachte, ich könnte noch weiterspielen. Okay, ja, das ist natürlich belastend. Aber das ist auch keine wirkliche Swayze, irgendwie. Keine Ahnung. Einfach nur dumm fliegen. Und dein Glück da irgendwie rüberkommen, ja. So, Mika ist am Start. Mr. Town und Schnitzel Jonas. Moin. Servus, moin. Er ist am Start, Leute. Er hat es in die Lobby geschafft. Und jetzt erwarten wir ein hoffentlich gutes Level. Ich bin Toadette. Yeah. Ich sagst, ich bin immer nur Mario. Nee. Stimmt. Das wechselt echt durch. Krass. Oh, bei mir draußen gerade ein schöner Sonnenuntergang. Sieht sehr schick aus gerade. Ja. Der Abend kann so schön sein. Hör auf, Mario. Und ich erweitere mein Spielerlebnis. Ja. Tolles Sound-Effekt. Jo. Hallo. Ist der kaputt? Nein, ich wollte nicht raus. Applaus in den Chat. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, Mann. Kommt mal bitte wieder rein. So eine Kacke. Hallo, Yasin. Nein, ich bin auf den Home-Button gekommen. Anscheinend, wenn man den Home-Button klickt, dann kommt man anscheinend automatisch, also dann kommt man ins Menü und wenn man da wieder zurückkommt, dann kriegt man automatisch ein DC. Was ist das denn, ey? Ehre, dass alle wieder da sind von eben. Sehr gut. Dass keiner von euch sonst gejoint ist, ehre auf jeden Fall. Oh, das war gerade belastend. Das war gerade belastend. Dann haben wir jetzt ein besseres Level. Ja, das Level war eben eigentlich ganz okay. Ich lag vorne, ja? Jetzt geht's halt von vorne los. Wie ist dein Volkscode? Zeige ich dir gleich. Moin, Leute. Bin auch wieder am Start. Hallo. Shadow Link. Wo ist das? Wie geht's? Wie steht's? Oh, wieder belastend, ey. Wenn die Belastung stark ist. Oh, Gott. Geil. Geil. Ja, Gott. Was ist ich da? Okay, das war gerade irgendwie sehr komisch hier wieder. Ah, ja. Kommt mal, da ist er fast nicht wieder hoch. Oh, was ist das denn? Oh, Junge. Luigi gut benutzt. Aber was ist das schon wieder für ein Dreckslevel, ey? Teamwork. Ja, genau. Der hat's verstanden. Ehre an Luigi. Wer ist das? Schnitzel. Jonas. Good job. Was soll das hier werden? Was ist das für ein Müll? Oh, Gott. Ja, also hier hat sich wahrscheinlich so ein 5-Jähriger gedacht. Ja, Mann. Ich habe gerade Mario Maker 2 bekommen und ich baue jetzt irgendeine random Scheiße, die gar keinen Sinn da gibt, aber ich habe dein Level gebaut und kann es hochladen und bekomme ganz schön viele Sterne und dann bin ich so richtig fan und komme mit den Sternen alle zu mir auf Platz 1 und jeder YouTuber spielt mein Level und dann bin ich voll gut und so. Dann hat er geweint, als er gemerkt hat, scheiße, mein Level bekommt nur Dislikes. Ja, Bruder. Vielleicht solltest du ein Studium besuchen, wie baut man gute Level und dann kannst du vielleicht auch ein Level bauen. Man sollte echt so Mario Maker Baukurse anbieten, ey. Jetzt in deiner Umgebung. Besuche einen Mario Maker Baukurs jetzt in deiner Schule am Nachmittag um 18 Uhr und lerne, wie man am besten ein Level baut. Ich glaube, das wäre, glaube ich, ein guter Unterricht, ja. Hab Pius mal gewonnen. Jonas, willst du mich provozieren? Scheiße, ne? Toilette, lass mich los. Ich brauche kein Taxi. Ich schaffe das schon alleine. Ich bin schon groß und stark. Ich bin schon vier. Wie Kaju. Gut, wir gehen da mal rein. Damit hoffen wir alles gut. Was stand da gerade? Null? Ne. Wenn das Internet großgeschrieben wird, dann sind wir hier bei 1 und 1. Ich bin gerade nur gestorben, weil es auf einmal so ein Leck war. Warum ist das jetzt hier? Was ist das schon wieder für ein Mist? Wo kommt der denn jetzt her? Gut, wieder da. Nice, Logo-Like. Uh, Benachrichtigung ist nicht angekommen. Ja, das kenne ich von YouTube, Leute. Deswegen, ihr müsst am besten, falls ihr nicht, äh, den Stream am besten, falls ihr den Stream nicht verpassen wollt, klickt am besten bei der Glocke auf, nehmt den Abonnier-Button auf alle Benachrichtigungen, weil, wenn man nur auf gelegentlich oder so klickt, dann kriegt man bei Livestreams oft keine Benachrichtigung. Deswegen, guckt mal, was für eine Glockeneinstellung ihr habt. Und dann wird alles optimal. Oh, Skill! Profi! Wer hat übrigens alles die Glocke an, würden wir uns hier an, Leute. Haut rein. Wer kommt so... Alles klar, hey. Wer kommt so auf YouTube durch das, in den Stream und wer durch so eine Benachrichtigung? Gott. Junge. Mal diese Steinblöcke. Das ist ein Checkpoint. Kommt da einer? Hallo? 1 und 1. Warum kommt da keiner, der das vergesst oder was? Warum... Warum ist der im Ziel? Hey! Was ist das denn hier? Ich, 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 ich... Durch Abo. Was hast du durch Abo? Achso, durch Abo-Box, okay. Ich durch YouTube habe aber eine Benachrichtigung bekommen. Ehre, zau, zock, tai erstmal. Hi, hi, hi. Wenn dir das schon gefällt, genau, man kann einen Daumen nach oben da lassen. Geh mal toll, danke schön für diese Mitteilung hier. So! Gut. Der Schnitz hat gewonnen. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Dieser ganz klar Skill. Ich habe dich einmal runtergeworfen. Ehrenlos. Geht so gar nicht. Nintendo Switch Online. Deluxe. Genau, das ist ein guter Online-Modus. Kann ich nur empfehlen. Ich mache die Tür auf und Luigi gewinnt. Ja, denke ich mal auch so. Ich bin beim Checkpoint. Hey, Luigi ist gerade im Ziel. Ich denke mir so, ja geil. Ja, geil. Ja, optimal. So, wir rennen los. Und da rein. Sehr schön. Leute, wollen wir am Ende noch ein bisschen Mario Karton spielen. Ein bisschen. Also nur Hotz. Ah, tschüss, Toad. Beziehungsweise soll ich noch am Ende kurz Mario Karton spielen. Zum Beispiel noch irgendwelche Röhren öffnen oder so. Als Bonus. Aber wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen Maunmerk. Das weiß ja ganz klar. Ich hoffe mal, hier passiert nichts. Warum ist nach drei Sekunden sofort passiert? Hallo. Ich bin fünf Jahre alt. Ich habe mal wieder ein Level gebaut. Und mein Level heißt... Mysterioos Pyramid. Und ja, ich hoffe, ich bekomme an vielen Likes. So, das, meine Lieben, war jetzt gerade Pius im Kindergarten. Ja, man kann da Ordner aufstellen. Oh ja. Mankatur, da ist der Jassin hier ganz hellhörig mit seinen Augen. Okay. Erstmal wollten wir noch Pius. Ah ja. So ein Dreck. Ja, das war auch schon wieder ganz komisch. Aber nein. Marc als Österreicher hat keine Schnitzel. Was? Was macht dir los, Julian? Du brauchst du einen Arzt? Soll ich die Polizei rufen? Polizei Österreich? Oh eh. Was? Was ging hier ab? Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Bumba erwacht. Hallo. Oh! Ich hab das erste Level geschafft! Ich kipp gleich vom Stuhl. Leute, jetzt war bitte Applaus in dem Chat, Leute. Ich habe das erste Level in diesem Stream gewonnen. Mhm. Jetzt muss ich screenshotten. Ich hab gewonnen. Mhm. Ja. Applaus. Ja. Ich fühl mich gerade echt gut, Leute. Es war echt unfassbar, wie das hier gerade lief. Ja. Also, jetzt sagt einer... Wie lange mache ich das hier schon Spaß? Eine Stunde und 20 Minuten. Ich bin endlich... Ich hab endlich gewonnen. Ja. Das war schon mal ganz geil. Damit kann man leben. Ja. Endlich gewonnen. Sehr schön. Soos! Wir machen eine neue Lobby. Bitte nur reinkommen, falls ihr noch nicht drin wart. Und dann, nach dieser Lobby, geht's wieder zum zweiten Account. Ist ja ganz klar. Und dann können mich Leute wie Yui adden. Auf meinem zweiten Account. Gleich machen wir das. Mika, du warst schon. Und Knütze, du warst auch gerade erst. Andere Leute. Mr. Toad, du warst auch schon. Wart doch alle schon. Freuerskop machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich geh schlafen. Wann gehst du schlafen? Du bist da schlafen? Kieler ist auf jeden Fall am Start. Sehr nice. Okay. Einer kann noch reinkommen. Anscheinend habe ich sonst keinen auf der Liste, der jetzt gerade rein will. Sonst kann noch einer kommen. Dann passt das. Und gleich wechseln wir den Account. Ziemlich laxig. Mhm. Genau. Hab Ferien. Ich auch. So. Dann machen wir nochmal so. Und gleich wechseln wir den Account. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Kilian zerstören, Leute. Ich will gegen Kilian gewinnen. Und dann... Darf ich Mod? Dafür gebe ich dir auch einen Snickers. Ah, mag ich nicht so gerne. Hallo erstmal, Waluigi. Moin. Servus, moin. Gib mir... Ähm... Was esse ich denn gerne? Ich mag... Oh, das ist Nudeln. Pizza. Nudeln. Mit Schnitzel. Und Paprika. Das ist sehr geil. Hä? 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 Ey, Mario! Ja, da ist auf jeden Fall wieder der 150er IQ am Start. Oh, wieder nur inkompetente Leute hier. Wer ist hier Kilian? Der Toad. Ah, Kilian. Schön. Jetzt komm mal. Hallo, respawn. Ja, der hat mich gerade unter Druck gesetzt. Geil. Jetzt geh ich schlafen. Alles? Jetzt schon? Halb acht? Okay, tschüss. War schön mit dir. Hau rein. Gute Nacht. Träum von süßen Toads. Oh Gott. Und ich träume heute Nacht von Kugel-Willis. Ah! Und hallo an wen auch immer. Dankeschön fürs Abonnieren. Kann gar nicht gucken. Bin hier gerade dabei, meinen Thrill-Erlebnis zu erweitern. Jetzt kam der Koopa raus. Mein Just LP YouTube. Dankeschön. Arme aus dem Fenster. Wir sind die Nagel-Neunskiller. Oh, Junge. Was ist da unten eigentlich? Ein Yoshi. Hallo, Yoshi. Wie geht's? Geht's dir gut, Yoshi? Erweiterst du auch dein Spiel-Erlebnis? Okay. Hoffentlich gewinnt der Toad jetzt nicht. Das ist Kian nämlich. Der ist eh so ein Freak. Feuerblume. Okay, Kian ist Toad. Mario ist auch da hinten. Wir sind vorne, Leute. Wir sind einfach erster Platz gerade. Mr. Toad musste los. Hau rein. Oh Mann, schade. Was? Junge, geh mal weg mit der Einblendung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich seh nix. Nein. Den Yoshi nehme ich. Ey, wenn der Kian jetzt gewinnt hat, dann reiß ich auch die Bude auseinander. Nein! Nein! Was ist denn? Guck mal. Machen wir jetzt nicht so, ne? Geht's ja jetzt hoch, ne? Was geht denn ab hier eigentlich? Ja, danke für nichts. Oh Junge. Ja, geil. Oh, bitte gib mir... Ich hab gewonnen gegen Kilian, Leute! Pius, ich hab abonniert. Nicht der andere. Bitte vorlesen meinen Namen. Gigabibing szczegól. Gigabibie... Abherweisen... Mini... Hyper Knochen... Miau... Schx... Bäm. Bäm. Hey, hallo Pius. Moin. Du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Du hast 100 Nike Air? Ich auch. Ja, 100 Mal. Selben Schuhe. Kennt ihr mal eine gute Angelmethode, um Lachse zu fangen? Ähm, Loxi mit einer View. Ich glaub, die beißen an. Ich gönne mir jetzt erstmal das Klo. Hey. So, mit meinem Nagel neuen Benzer und dem Nagel neuen... Wo muss ich überhaupt hin? Like Air. Ich bin Premium. Oh Gott. Ah, ich verstehe, was das hier wird. Müssen die alle... Der hat einen Key. Er ist durch. Ich gönne mir mal so einen Yoshi. Ich hab einen Key. Ich hatte einen Key. Ich hab einen Key. Was ist das denn für ein Chaos? Ernsthaft? Man braucht alle... Ist da noch einer irgendwo? Hä? Hä? Was ist das schon wieder für ein Level? Hä? Wo ist denn noch einer? Hallo? Okay. Ich verstehe jetzt hier irgendwie nicht so wirklich. Hm. Wie ist der Voice Code? Zeig dir gleich. Bela? Gleich geht's zum zweiten Account. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder irgendwelchen Bots hier. Oder irgendwelche Fake Accounts. Kobi LKLP Moin. Ah ja, ja. Ist sehr schlau. Als Gamer Toad nach Mods zu fragen. Als Faker. Obwohl er der Real-Gamer Toad gerade selber da ist. Also. Lieber Fake Account. Du hast aber schon auch einen IQ von 0,3. Der Toad hat einen Schlüssel. Alter. Toad? Gib den Key her! Und Mario, lass ihn mal frei. Ja, Moin. Ja, komm Mario. Geh mal zurück. Wir müssen mal alle zurückgehen. Dann kommen wir alle weiter hier. Druck dich, Mario. Lass den durch. Den Arm Toad. Das wird nix. Auch schon wieder wunderbar gebaut. Also. Props an diesen Label-Bauer. Wer heißt der Team? Ah, ne. Keine Ahnung. Ist da jetzt das Ziel? Ja, auch schon wieder am 1A-Level. 1A-Level. Wie super cool bin ich eigentlich, Pius? Gamer Toad darf Gamer Toad bitte Mod. Hä? Warst du das jetzt, oder was? Das verstehe ich nicht so ganz. Kannst du mal kurz nach dem Bild nochmal aufschreien? Nein, 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 nein. Nochmal an der Tier. So. Ähm. Ja, hier war es das erstmal. War schön mit euch. Das ruft meine Oma an. Was will die denn? Ich sollte ja jetzt mal rangehen. Dann muss ich mal ganz kurz hier, Alter. Warte mal ganz kurz hier. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Omi, was los? Ah ja. Ah ja. So, war ein langes Telefonat auf jeden Fall. So. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Level. Sie hat mich im Studio angerufen. Im Toad-Studio. So, vier neue Nachrichten. Kennst du Paul-Tastisch? Ne, sagt mir jetzt gerade nichts. Jui ist am Start. Pius. Eigentlich müssten wir noch eine Entscheidungsrunde machen. Ja, können wir auch noch später machen. Oder anderen machen. Mal gucken. Jetzt geht es erstmal zum anderen Account. Das ist ja ganz klar. Jetzt haben wir da ein bisschen Zars. So. Es fängt ja doch alle an. Ja gut, jetzt sind die halt so. So. Und ja, hier ist meine ID. Für alle, die mich adden wollen. Zum Beispiel Jui oder so. Jetzt seht ihr die ID. Macht kurz einen Screenshot. Und dann können wir es machen. Also, was ist dein Problem eigentlich? Keine Ahnung. So, da seht ihr die ID. Erd mich. Ich gegen Pius, gegen Kilian. Ich würde gewinnen. Ja. Und Toad zockt. Deine ID brauche ich nicht. Du musst nur meine eingeben. Und dann sind wir Freunde. Deine brauche ich nicht. Like2.0 Moin zurück. Wie geht's? Ich möchte den Hast-Account. Warte. Warte. Du meinst wahrscheinlich eher Haupt-Account. Aber den gibt es nicht. Heute spielen wir auch viel mit dem. Weil der Haupt-Account, da ist der Der ist halt einfach voll. Der ist voll. Kriege ich Mod? Heute nur für 3,99. So. Gut. Lange genug eingeblendet. Wir gehen jetzt mit dem Zeit-Account rein. Sag einfach Ike. Okay. Hallo. So. Wieso heißt es nicht Paul? Weil ich Pius bin. Warum sollte ich mich Paul nennen? Das macht absolut keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Super Mario Maker 2. Okay. So. Wir erweitern weiter an unser Spiel. Und jetzt mit Freunden spielen. Und auch an den Namen, der einfach 3 Kilometer lang ist. Stell nicht so dumme Fragen. Sonst kriegst du auch einen Time-Out. Oh Gott. Wir nehmen mal... Ja. Machen wir mal schwierig. Machen wir mal schwierig. Und da sind auch ganz schnell welche da. Moin. Servus. Moin. Ich weiß, wie man Mod wird. Man muss zuerst die Macht der Lachse kennen. Und dann C-mal Adi-Lachs sagen. Genau. Oh, hat zwar nett, dass du so viel vor... Ja, weil du so doofe Fragen stellst. Wieso heißt du nicht Paul? Was soll... Was willst du denn da hören? Oder warum heißt du nicht Kai? Was willst du da von mir als Antwort hören? Was willst du da von mir hören? Das ist einfach... Das sind komische, unnötige Fragen. Der Typ kann nicht springen. Ich bin reingekommen. Nice. Ich bin da einfach nicht reingekommen gerade. Äh, rausgekommen. Wegen den Kisten. Die sind nämlich unterschiedlich hoch, wie man sieht. Okay. Äh, muss ich da rein? Ja, muss ich. Okay. So, das will ich jetzt mal gewinnen hier. Das will ich jetzt mal gewinnen hier. Oh! Ah, der Bulli. Bulli. Der Bulli. Ja, du machst es gut, Torrett. Ja, du bist... Ja, du... Daumen hoch. Hast du gut gemacht, Torrett. Okay. Ja, das Level macht einen ganz okayen Eindruck. Kann man schon spielen. Doch, doch. Kann man schon mal spielen. Ah, jetzt müssen wir den... Ah ja, den Boden kaputt machen. Dann muss der runter. Oder auch nicht. Nee. Torrett. Lockt mal die Bullis hierher. Ey, das geht nicht ab jetzt. Okay. Okay, wir haben den Key. Wir haben den Key, Leute. Bin tot, ne? Ja. So, der muss nur noch runter. Tschüss. Hau rein. Scheiße. Der muss das kaputt machen, ne? Ich wusste nicht mehr, dass man das kaputt machen kann damit. Ja, geil. Ja, geil. Wunderlich, dass er den... Okay. Ja, irgendwie schreibt der eh ganz komische Nachrichten. Pius. Pius. Noch ein U dran gegangen. Und dann ging es los. Ne? Weiß Bescheid. So, der ganze Spaß nochmal von vorne. Das Level war eigentlich ganz okay. Ah, das hat sich ein bisschen versaut. Gerade. Das war einfach unnötig. Und das hätte halt echt nicht sein müssen. Der muss gekillt werden, Leute. Wir arbeiten hier gut im Team. Wir machen Teamarbeit. Genau. Wir sind ein gutes Team, Leute. Wir arbeiten miteinander statt Kinder. So läuft das hier. So. Der hat gespamt mit alten Fakern. Okay. Boah. War auch ganz komisch eben wieder. Mit so ein paar Fake-Accounts. Aber das ist eine nette Idee. Dass da immer mehr Bullies runterkommen. Sobald die Peacewitch aktiviert sind. Und irgendeiner hat den Key. Ist eine nette Idee. Aber welcher hat jetzt den Key? Das sind ja die Fragen aller Fragen. Vielleicht der? Natürlich nicht. Vielleicht der? Der hat es. Hä? War ich das nicht gerade? Okay, Leute. Der muss herkommen. Nicht runterschubsen. Ich wusste nicht mehr, dass er es kaputt machen kann. Der muss noch einmal. Sehr schön. Oh Gott. Warte mal. Lock ihn da hinten. Tschüss, Mario. Oh Gott. Ein Riesen-Bulli. Die schubst du mich hier hin und her. Sehr schön. Oh Gott. Ja, moin. Oh, warst du mein Bruder? Also du hast wieder irgendwelche komischen Accounts hier. Okay, also du kümmerst dich drum. Ich muss hier mein Spierlebnis erweitern. Weiß Bescheid. Der muss tot. Der muss sterben. Warum stirbt der Keg nicht? Gut. Warum hatte ich gerade nicht den Kee? Oh Gott. Ja, lass den durch. Komm. Und ab da durch. Ab da durch. Oh Gott, oh Gott. Da ist das Ziel. Warum bin ich auf einmal Dritter? Ja, geil. Hä? Warum ist der gerade nicht gesprungen? Also manchmal habe ich das Gefühl, mein Pokerz-Buller ist kaputt. Warum springt der manchmal nicht? Pius hat auch ein richtig schönes Race-Level. Oi. Hast du auch schon hochgeladen, ne? Die Toilette hatte dich verraten. Ja, ehrenlos. Pius, ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das war echt so ein Teamspiel irgendwie. Haben vor allem im Team gearbeitet. Das Level war eigentlich was okay. Kann man schon machen. Doch, doch. War jetzt ein richtiges Teamspiel, ne? Ich und mein Team. Wir arbeiten gut zusammen. Und machen zusammen sehr viel Spaß. Was? Der Attack ist gegeneinander. Was? Scheiße. Guckst du Kürz und Chat, dann kriegst du gleich so ein Kugel-Video von oben ab, ey, und dann warst du wieder komplett. Du spawnst und du spawnst einfach im Kettenhund. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Man sieht immer wieder was Neues. Einmal bitte Applaus für diese Meisterleistung vom Level-Design. Wow. Unfassbar. Das nenne ich aber mal Level-Design. Mario, komm. Sei mal nicht so ehrenlos und mach einen Neustart. Neustart. Ah, ja. Ah, ja. Sehr geil. Sehr geil. Mario, mach doch einen Neustart, Junge. Du gehst auf Plus. Neustart für alle. Scheiße. Schön. Ja? Hä? Warum habe ich keinen Schön mehr? Hä? Ach so. Ich bin auf einem anderen Account. Stimmt. Da waren die Nachrichten anders angeordnet. Mario ist echt unlachsig. Ja? Mario, wer bist du? Mario. Jetzt ist er auch tot. Mach doch mal einen Neustart. Bist du jetzt selber tot? Neustart, Bruder. Ja? 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 Bin drin. Was ist das? Neustart ist halt, dass wir alle neu starten können, ne? Oder was meinst du? Bist du das, oder was? Gehst auf Neustart für alle und dann können wir das Level nochmal neu starten. Weil wir kommen da jetzt nicht mehr raus. Haben die das verstanden? Zerstanden. Sarah dringt durch. Ah, haha. Er hat verstanden. Yeah. So, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht normal. Den Scheiß. das ist doch scheiße das ist doch einfach nur scheiße das ist doch einfach nur scheiße jesus gegeneinander nintendo ist das ein wie schlecht ist denn dieser algorithmus der muss doch merken der algorithmus so gut sein dass der eigentlich erkennt so ein würde ich zu missprogrammieren das hat hier keinen sinn das hat hier keinen sinn einfach nur scheiße gibt mal alle auf wir machen neues level war ein neues level alle aufgeben tot macht keinen sinn hier zu leben dauert aufgeben junge plus so ein mist kann man wieder so eine scheiße bauen so neues level ich fresse jetzt erst mal nachos die meine mutter marse davis geklaut hat alles klar ja dann ist aber der mutter nicht nett wenn sie vom marse davis was klauen tut das geht gar nicht zum marse davis muss man nett sein so das sieht doch schon besser aus da kommt ein pilz den ich leider nicht bekomme aber passt schon tschüss hau rein aufschönen mit dem mario das level erweitert mein spielerlebnis ich habe keine gesaß kugel ja sie ist back moin komm 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 schnell was ist da passiert was ist was ist da passiert leute okay alles gut gut das level macht grundsätzlich einen guten eindruck aber es ist auch nicht gut für mutter wie man ganz so gut sieht wenn nämlich ein so mini lag am start ist oder es leckte eigentlich dauerhaft ein bisschen also es ruckelt halt so ein bisschen lächerlich und ja ja es ist okay der pilz für dich haben es ist okay kann man spielen es ist auch noch ein ziel mann also haben wir auf 5 an das ziel ne scheiße ja ja das ziel war wieder sehr belastend wieder gewonnen was denn los bei dir warum gewinnst du so viel warum gewinnst du so viel das level war okay es war okay so machen wir noch eine runde ja und dann machen wir eine neue lobby dann machen wir eine neue lobby leute so vielleicht bekommen wir jetzt gutes level mal gucken vielleicht mal ein gegeneinander level hm wie wärs hätte doch was ne vielleicht ein schönes gegeneinander level eins geht noch eins geht noch reingriff ich hab gesagt ein schönes ich hab gesagt ein schönes level Mami bitte rufen wir die Polizei die Musik ist schön scheiß Sonne im winter kannst du nach hause gehen Sonne kannst du aus Toad Toad du ehrenloser wer bist du du wirst sofort gewandt wer war das war schön mit dir aber jetzt schluss ist denn spin halt nicht der macht man schon nichts mehr manchmal einfach kein bock auf mich weiß nicht irgendwie es ist heute freitag nein morgen kannst du streiken nicht streiken was ist das denn 50 feile du musst nach links wenn die doch nach rechts du musst nur oben so schräg nach oben nur du musst da alles was ist das denn was ist das denn war bestimmt auch so ein fünfjähriger dass ich dachte ich bin jetzt ganz lustig so raus hier was schön mit euch ihr hattet einigermaßen gutes internet sehr schön wir machen jetzt aber weiter mit der nächsten lobby und alle die mich noch adden wollen letzte chance zum adden heute schickt mir jetzt eine anfrage macht ein screenshot von dem code schickt mir jetzt eine anfrage letzte chance heute mir eine anfrage zu senden genau genau und jetzt ist dann wieder so ein account mit so einem dummen namen kriegst erstmal ein timeout wenn es genauso weiter geht dann beim auch dich genau so da ist der code letzte chance mich zu erden ich trinke etwas schönes dann geht's los ich bin jetzt jetzt hause nice warst du denn vorher ich hatte jetzt 50 prozent der level gewonnen ja das gilt ist anscheinend bei dieser stark und das glück das stück da vielleicht mit spielen nochmal mit spielen ja mal gucken je nachdem ob sich lobby schnell füllt mal gucken mal gucken mal so anscheinend kommt dir echt keine anfrage mehr da hat nicht aber dann machen wir mal eine neue lobby raum erstellen wenn es mal funktioniert gamertown von discord mod ja du geierst auf jeden fall bei einem freund ah ja weißt du davon dass es in marmer 2 ein lachshut gibt ja irgendwie sowas ähnliches habe ich mal gehört ja ich gehe gleich ein was was für ein ding ton ausleute was für ein ton ne ist alles an alles an klar ja ja so neue leute torxus am start basco und telis torxus das war irgendwas im chat tot ist wie er geschrieben wir waren so neue runde neues glück für mich zu gewinnen bin jetzt tot jammern team tot am start den anderen tag ja ja aber mal gucken was das ist ob das schön ist erstmal lex geil mario ich gehe einfach mal unten lang naja geht doch nach oben unten wäre richtig gewesen oh junge geht doch da rein ich das hasse ne wenn er bei den röhren immer so hin und her geht ey junge rennen tot du bist in die gänge gekommen jetzt geht es noch nicht weiter was für ein level aha und jetzt was ist hey ähm bestes level uo best ah jetzt ist ah jetzt weiß ich wenigstens wer es wieder ist ja lucina hast du nichts zu tun jetzt wirst du wissen was diese fake account die da machen gamertaut genau diese person kann man so hobbybus sein das lief mal wieder so gar nicht was auch wieder keine ahnung wie ich hin sollte views denk an unsere entscheidungsrunde bei uns steht es gerade 1 1 ja können wir machen gehen können wir noch mal machen muss nicht unbedingt heute sein wir können es ja noch öfter spielen ist ja kein ding ja keine ahnung gamertaut einfach alle bannen weiß bescheid die gelöschten nachrichten von youtube sind halt noch im html verfügbar da kommt der profi hier raus ey der hacker was ist das denn achso das ist ein eiszapfen ahja warte mal wir brauchen die du keck ah oh pilz was ist das ich aktiviere am besten gar nichts mehr weiß er nie hallo also ich drück da fünfmal drauf ne die fällt nicht an zu wirbeln ich glaube es hackt ich glaube der ist echt kaputt denk mir grad so alter wird mich verarschen ich drück da fünfmal drauf es passiert einfach gar nichts hallo was ist denn das jetzt hier wieder ey immer da hoch ne dafür stirbt man nirgendwo ich hoffe es ist alles gut ah oh Gott ganz schnell killen 3 fps oh Junge absolut lächerlich absolut lächerlich da fällt mir echt nichts zu ein was macht ihr hier eigentlich macht ihr den versandhandel aus mit trampoline oder was ich hau auf jeden Fall ab ne schluss war schluss luigi wer ist das oh du bist auch so richtig gekickt ne oh das war grad sehr schön aber es gefällt mir gefällt mir gut ich bin anscheinend immer noch der profi ohne mich geht hier gar nix hab nix gesagt ne hab nix gesagt wir können die alle gar nix wir können die alle gar nix einer ist hier mehr lost ich kann nicht mehr überreden ey einer ist hier mehr lost als der andere habe da jemand in notart rufen ich brauch den mal ganz kurz das kann doch nicht wahr sein das geht doch nicht das war alles so schön heute der tag denn wollte ich mein spielerlebnis erweitern luigi kommst du einfach nicht hoch ne kann das sein oh sehr schön er scheitert schon am anfang das war schön mit dir tschüss basco tschüss er war einfach er konnte einfach gegen mich nicht siegen hat er eingesehen oh ehre endlich sind diese scheiß steinblöcke weg äh steinblöcke hammerbruder steinblöcke wo nehm ich denn hallo moin servus hallo hallo moin günther dich hab ich gestern bei ikea gesehen der steht wie am ziel der alte oh man der gewinnt auch dauernd so komm wieder dir wer war das warum sieht man eigentlich diese einbildung heute nicht mehr warum ist da heute eigentlich so ein langer gelber streifen wo wirst du das werden ich kann mitmachen du musst auf meiner freundsitz sein und dann dann kannst du rein joinen notarzt hamburg genau ich hab mir am sammestag wirst du weit gekauft sehr schönes spiel bin ein noob kein problem kein problem fake account ja fake accounts gibt heute wieder einige hier anscheinend die auch alle wieder abonnieren und dann wieder die abonnieren danach optimal wenn man sonst nichts zu tun hat leute einige leute sind halt echt auf mich lust aber das ist halt nicht nur das erlebe ich in so vielen streams ne also an alle die jetzt nicht nur mit fake accounts zu tun haben ist auf youtube relativ standard dass da immer wieder irgendwelche hobbylosen kommen habe ich schon oft gesehen kannst du gucken wo du willst ich hab jetzt den schlüssel okay interessant das war nicht was der sinn daran jetzt anstand einfach normal zu schreiben und einfach so mitzumachen mit zu spielen und so ne man will einfach mit 20 accounts gebannt werden oder so ist das sicher bin ich mir da nicht ist auch egal müssen wir nicht auf ein gehen gut müssen vier münzen finden sich jetzt erst hallo schlüssel wie geht's bringt mir alles nix krasses levels bisher ist ganz okay aber ich weiß nicht wo die münzen sind die münzen sind in den bäumen auch nicht da vielleicht keine ahnung wo sind die münzen keine ahnung hä oh Wenn der jetzt den Swim gucken tut, dann sieht er meinen Trick. Scheiße. Ist das der Hauptaccount jetzt? Das weiß ich gerade selber nicht. Warte mal. Nö, Zeitaccount. Mit 50 Piusse. Ja, komm doch. Trau dich. Du alter Zerstörer. Trau dich, komm her. Komm her zu mir, wenn du dich traust. Na, wer kennt diese Anspielung? Schreibt es in den Chat. Kommt her, wenn ihr euch traut. Zum Pum, 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 in Pum, 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 Pum. Hallo. Hallo. Eins und eins. Was du da bist, bist du da? Hallo. Komm, Privatschit. Hallo. Oh Gott. Er kommt. Oder auch nicht. Hallo. Komm jetzt in die Gruppe. In welche Gruppe? Kommt lieber auf meinen Discord-Server. Discord-Server-Link in der Beschreibung, Leute. Kommt in meine Gruppe. Oder folgt mir auf Twitter und Instagram. Auf Twitter läuft gerade ein Gewinnspiel. Ihr könnt einen Google Home Mini gewinnen. Deswegen folgt mir auf Twitter, Leute. Da kommen ab und zu Gewinnspiele. Und auf Instagram kommen krasse Bilder. Die ihr auf jeden Fall nicht verpassen könnt. Weil sonst ist euer Leben nicht mehr so viel wert wie jetzt. Wo ist denn der? Hallo. Hallo. Wollen die jetzt nach Hause gehen, oder was? Hallo, irgendwie. Anscheinend wollen die alle nicht ins Ziel. Anscheinend wollen die alle nicht ins Ziel. Wieder so ein langer Chaos. Glück. Ich bleib jetzt hier stehen. Warte, ihr habt 83 Sekunden. Dann wisst ihr Bescheid. Wann kommt Frag Toad? Ende Oktober. Einmal im Monat, Dishan. Oder Mitte Oktober. Einmal im Monat kommt Frag Toad. Weiß Bescheid. Faked am Doppelpack, ja. Ja, Mann, komm Leute, trau doch. Ja, moin. Ja, moin. Auf einmal geht's so schnell, ey. Mann. Rolex, Bargeld. This is my lifestyle, genau. Genau. Moos Gewinnspiel auf Twitter, oder? Ich haute sogar den Link rein. Weil ich so ehrenvoll bin. Guck mal. Da ist der Link. Ah, hat Game was auch gerade gemacht. Da ist er, nee, noch nicht. Da ist der Link. Klick da drauf. Da geht's zum Gewinnspiel. So, ähm, ich würde sagen, eine machen wir noch hier in der Lobby. Tonic HD, moin, servus, moin. Ja, moin, servus, moin. Neue Lobby machen wir gleich, machen wir gleich. Machen wir gleich. Hi! New Super Mario Boss Wii. Sehr schön. Und die Abo-Hallure wird gerade ein bisschen ausgenutzt. Den schalten wir gleich erstmal kurz aus. Oh. Als ob. Das ist ein Nachbau, ne? Interessant. Ich kenn das Level. Aber war hier nicht eigentlich ein Sturm? Oder ist das ein anderes? Nee, ist ein anderes. Ja, toll. Super. Wo kommen eigentlich überall die ganzen Panzer her die ganze Zeit? Oh, okay. Was? Doch, das ist dieses... Doch, doch, das ist das Sturm-Level. Doch, doch. Genau, das ist es. Ja, jetzt eindeutig, jo. Einfach nichts. Das gewinne ich jetzt. Komm. Das war nicht schwer. Das gewinne ich jetzt. Luigi stirbt erstmal. Ehre. Zum Glück ist hier kein Sturm. Checkpoint. Nice. Pews hat den Checkpoint. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ich glaub mal hier weiter. Ah. Äh. Alles wird gut. Hoffentlich zumindest. Wann kommt Frag Mr. Toad? Gar nicht. Das heißt Frag Toad. Das passt. Das passt. Wo sind denn die anderen alle? Sind die alle zu Hause? Trauen die sich nicht? Da muss ich rein. Jo. Einfach. Easy. So, jetzt machen wir das mal aus hier. Erstmal. Weil. Lucina anscheinend keine Hobbys hat. Keine Ahnung. So. Gewonnen. Dritter Sieg heute. Sehr schön. Sehr schön. So, wir machen nochmal eine neue Lobby, Leute. Eine neue Lobby. Ihr könnt reinkommen. Gönnt euch. Aber erstmal gucke ich kurz nach, ob wir nochmal neue Anfragen haben. Wieso kommen da immer noch welche? Wo guckt mir jetzt das Hai her? Das deaktiviert aber okay. So, Raum ausstellen. Hab jetzt noch das Profilbild. Ja, es dauert ein bisschen, bis YouTube das anzeigen tut. So, Raum ist offen, Leute. Der Lies ist am Start. Und lasst bitte mal der Sarah vielleicht einen Raum. Die würde gerne mal reinkommen. Also, Sarah, bist du gar am Start. Ehre. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, Alter. Jetzt geht's ja richtig los. Hobbylos kann man sein. Ah ja. Ja, sehe ich auch so. Oh Gott, ey. Das Bootmaster, oh mein Gott. Du kriegst eine Auszeichnung von mir. Ey, wir reden. Ryan, Ryan, hi. Bin dann gekommen. Servus, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Bruder. Das ist mir gar nicht lustig. Gott. Ich will vielleicht Lachs auf ihn. Ja, mach das so richtig schön raufknallen. Oh, Junge. 1 in 1. Master Davids war am Start. Vielleicht wird ja Gamer Squad VIP. Genau, VIP mal lieber. Gönn dir. Schlag zu. Ja, allerdings, man sieht den Leck. Ja. Wer hat hier Internet von 1995? Melde dich per Post. Schick mir eine SMS. Trau dich. Junge. Sterbe ich da heute nicht, wa? Was ist das? Oh mein Gott. Hier ist das schlechte Internet. Nee, bei mir geht's. Ja, wieder ein Faker. Junge. Was ist das denn? Was ist das hier? Sag ich den auf YouTube melden? Das bringt nix. Der kommt, dauert mit neuen Accounts. Das bringt nix. Oh, Junge. Gern mal tot neues Profil mit. Genau. Du bist noch nicht up to date, mein Lieber. So. Anlauf nehmen. Aber wer hat jetzt hier so ein Internet? Bitte. Wenn du. Leute. Wenn du wirst. Ihr habt scheiß Internet. Bitte joint nicht in der Gruppe. Bitte. Weil das hier ist halt für keinen geil. Also wenn ihr wisst. Ihr habt kein gutes Internet. Dann joint bitte nicht in dieser Gruppe. Weil das ist halt echt kacke. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott. Junge. Wir sind hier am Löschen ohne Ende, ey. Gott. Danke an die beiden Admins, die gerade am Start sind. Ehren euch. Hobbysoße, oh ja. Ich denke mir manchmal auch so. Was ist das denn? Ich möchte mitspielen, aber ich bin immer zu spät. Und würde ich wünschen, wenn einer, der schon dabei war, vielleicht raus zu gehen. Allgemein bitte, wer jetzt hier von euch drei Schätze Internet hat, bitte geht raus. Also noch eine Runde mache ich so nicht. Also wer weiß, ihr habt eine Bambusleitung, geht bitte raus. Weil noch eine Runde mache ich so nicht. Das macht keinen Sinn. Das war kacke. Das war echt belastend. Ich gehe da mal, viel Spaß, saß noch. Tschüss, hau rein. Schön, dass da war's. Bis bald. Also mein Internet hat 500 M-Bits Download und 80 M-Bits Upload. Also viel besser als normalerweise, ja. So. Oh, Stan, du bist nicht gerade raus. Hä? Hä? Okay, was tut das? Nix gegen dich, mein Lieber. Aber du hast ja gesehen, das lief hier irgendwie gar nicht gerade. Das lief hier irgendwie gar nicht gerade. Gar nicht gerade. Kannst du mir deinen Freund kurz zeigen? Jo, können wir doch machen. Ich hab 100 Down und 50 Up. Ich hab 50 Down und 10 Up. Reicht völlig aus. Oh Gott. Was ist das denn? Ich bin drauf. Gross. Leute, ich bin Premium. Okay, komischer Level-Aufbau, muss ich sagen. Irgendwie ist ja komisch. Als ob da der Tod ist. Warum baut man sowas? Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Wie schnell muss man sein? Bin die Deutsche Bahn und nicht an die C. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt, nein. Toilette. Oh Gott. Oh Gott. Clever Toad. Du machst heute wieder hier gute Arbeit und Kilian genauso. Gut. Vielleicht wäre das jetzt was. Mal gucken. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Toad ist schon mal tot gewesen. Das ist wieder ganz hinten. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in den Abgrund fallen. Das wird ziemlich belastend. Nehmen wir mal einen Helm mit. Komm. Entspannt. Und da Tim X2 auch schon das Ziel erreicht. Mist. Ja, Hauptaccount machen wir noch. Mr. Toad. Hauptaccount. Kein Stress. Langsam werden diese Fake-Accounts salzig. Ja. Ja. Oh ja. Immer doch Pews. Gamma Toad und ich sind ein starkes Team. So. Wie lange? Machen wir noch eine Runde hier. Und dann geht es nochmal zum Hauptaccount. Was ist mit dem Falsch? Der kriegt gleich doppelt Lachs. Kameran zu mal her. Adi ist da los. Adi ist da los. Sarah freut sich. Hehehe. Ich gewinne jetzt. Hehehe. Wollen wir mal sehen, Sarah. So sah zumindest der Mie aus. Sehr zielsicher. So. Haha, ihr könnt alle nix. Ich gewinne eh. Bist du das, Sarah? Ja. Nee. Hä? Lul. Haha. Ich dachte, ich kann da durchrennen. What's it? Tschüss. Hau rein. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal oder so. Ich geh mal oben lang. Den Premium. Ich geh oben lang. Oder auch nicht. Mann. Mannu. Ah, noch ein Spam-Account. Verlass doch bitte einfach den Stream. Bist du so hobbylos. So. Wieso hast du überhaupt den Account gewechselt? Damit mehr Leute auf meine Liste können. Weil ich hab hier zwei Freundeslisten. Und mein Haupt-Account ist halt voll. Hä? Und deswegen... Hab ich heute auf dem zweiten Account geedit. Genau. Dankeschön für das Spielbewerbte. Gar kein Problem. So. Jetzt nochmal auf dem Haupt-Account, Leute. Wer reinkommt, kommt rein. Weisheit mit Pius. Die Weisheit mit Pius. Super Mario Maker 2. Ja, genau. Danke fürs Spielen. Jo. Okay. So. Nochmal in den Haupt-Account. Und jetzt auf Vernetztes Spielen. Mit Freundinnen. Und auf Raum... Oh Gott. Hallo. Wollen wir mal stellen, bitte? Dankeschön. Das wird bald ein Nachspiel haben. Wollen wir mal sehen. So. Ab geht's. Und jetzt machen wir was ganz Schönes. Nee, nee, nein. Hm. Meine Level sind einfach alle nicht geeignet. Machen wir mal das hier. Ich glaub, das war ganz cool. So. Diffen ist am Start. Mr. Taut und I got Kian. Moin. Servus. Moin. Vernetztes Spielerlebnis. Arbeiten. Genau. Genau. So Leute, der muss gehen. War ein schönes Abend. Bis zum nächsten Mal. Und schlaf gut. Tschüss Sarah. Schon das war weiß. Gute Nacht. Und ja. Neben das Deluxe Level. Was für ein Deluxe Level? Du meinst, das was ich nachgebaut habe von meinem Bioteil? Das ist auch nicht geeignet mit den On- und Off-Blöcken. Das ist aber nicht gut. Für Multiplayer. Kann man einen Fischlingseverater einen Lachs fragen? Musst du mal den Katzboid fragen? Ich kenn mich da nicht so gut aus mit dem Spiel. Ich hab's ja nur kurz angespielt bisher. So. Okay. Meta-Tornet am Start. Und Mario, den brauch ich nicht. Hau rein, Kollege. Oh Gott. Ah, hier ist nix. Alle tot. Tschüss. Oh nein, ich brauch eine Bombe. Auch eine. Oh, da hat hier mal wieder jemand Internet von. Von 1 in 1 auf jeden Fall nicht. Ja, geil. Toad, du bist intelligent. Da war jemand nicht 1 in 1 Kunde. Da killt er mich. 13 Dislikes. Woher wohl? Ja, woher wohl? Wenn die Spam-Accounts einfach Hobbylos sind. Immerhin hat das aufgehört. Come on. Wer hat hier wieder eine Bambusleitung? Gremium. Juhu. Juhu. Gremium. Oh, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Sind sie immer noch da? Als ob ihr immer noch da seid. Ah ja. Ah ja. Nehmen wir jetzt einen Pilz. Komm her. Jetzt rennen wir da durch, Leute. Jetzt schaffe ich das. Wir rennen da jetzt durch. Skillig. Okay. Ah ja. Oh, was ist das schon wieder hier? Gönung. Ah, bisher nicht so. Bisher nicht so. Schon wieder sehr belastend hier, ey. Was ist denn das hier? Ah, machen wir so. Bam. Bam. Alles wird gut. Hallo, wie geht's? Servus, moin. Vielleicht ist da was Schönes drin. Oh. Feuerblume. Hier geht einfach gerade gar nichts. Geht gerade gar nichts. Lol. Lol. Hallo. Hallo. Hallo, sind wir wieder da? Haha. Hahaha. Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Kein Bösenes? Oder nicht? Okay. Okay. Fios hat keine Lust mehr auf dich. Ich glaube auch, ey. Hier geht einfach gerade gar nichts. Ah ja. Hey. Okay. Okay. Okay.